Wir machen heute wieder TCG, weil ich mag das, mir macht das Spaß. Ich weiß, ich bin dabei immer sehr konzentriert, um die Kämpfe zu gewinnen und ihr könnt da nicht viel schreiben oder wollt nicht viel schreiben oder euch interessiert es nicht, keine Ahnung. Aber ich will dieses Projekt zu Ende bringen. Danach können wir wieder Shiny hunten oder Gen 8 machen. Aber ich bin auch gar nicht mal so weit davon weg, glaube ich, dieses Spiel durchgespielt zu haben. Aber... ja. Ich dachte, hier kommt... Aber dann kommt er hier. Der Knopf wird die Papierkosten ins Unermögliche steigern. Hä? Ist hier Roland? Nein. I don't get it. Wir müssen die Missable Trophies checken. Hallo H. Goodman. Ich höre Gen 8. Das dauert noch. Erst wenn Gen 7 Video fertig ist. Und ich habe nicht mal angefangen, es zu schreiben. Oh je, Mini. Äh, hier steht... Äh, 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 defeat Ronald in the GR Fire Fortress or GR Water Fortress. Okay, aber er ist nicht da. Dann kommt er wahrscheinlich, nachdem wir einen von den beiden durchgespielt haben. Ich habe da und das Gefühl, das Mikro ist zu leise. Aber es ist, glaube ich, nicht zu leise. Es sieht nicht so aus, als ob es zu leise ist. Aber ich habe das Gefühl, es ist zu leise. Vielleicht liegt das daran, dass es neu ist und flacher klingt. Aber es klingt nicht flacher. Mann, keine Ahnung. Du hast mich so angefixt mit dem Spiel, dass ich mit dem ersten Teil für den ersten Box bestellt habe. Den ersten Teil für den ersten Box. Gameboy. Box. Autokorrektur Gameboy. Okay, das hier sollte Wasser sein. Also mache ich Blitz. Aber ich schätze mal, die werden mich wieder daran hindern wollen, dass ich irgendwas mit Elektro einsetze. The only type of energy guard you may use in your deck is water. Ich komme wieder, Jakob. Ich muss kurz mein komplettes Deck umbauen lassen. Aber wir spulen vor. Okay, lass mich rein. Mensch, wenn doch Reisen in Wirklichkeit auch so schnell gehen würde. Einfach die R2-Taste gedrückt halten und schon ist man zu Hause. Man kennt es. Jetzt dauert es bestimmt eine Weile, bis du komplett zufrieden mit der Stimme bist. Nee, ich dachte, ich muss viel mehr einrichten. Das Einzige, was mich stört, ist wirklich, dass das Mikrofon leichtes Rauschen hat. Aber das ist, glaube ich, einfach meine Perfektion, die unbedingt will. Was? Hier. Das ist, glaube ich, meine Perfektion, die einfach sagt, es darf kein Rauschen existieren. Vor allem, weil mein Mikrofon da von null gerauscht hat. Und ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Und ich verstehe auch nicht, warum das eine Mikrofon nicht rauscht, aber ein teureres Mikrofon, das die ganze Welt benutzt, rauscht. Ich verstehe nicht, warum sowas sein kann. Wenn es technisch möglich ist, ein Mikrofon nicht rauschend zu machen, warum es dann überhaupt Mikrofone existieren, wenn wir in der gleichen Preisklasse sind. Oder sogar drüber. Aber irgendein Audio-Techniker kann das sicher erklären. Ja, Leo, das liegt daran, dass dein Mikrofon jetzt eine gewisse Technologie besitzt, damit weniger Hintergrundgeräusche zu hören sind, aber dafür muss es in höhere Dezibel... Oh, Phantomeinspeisung, keine Ahnung. Wow, ich kann B drücken und ab... Ah, nee, ich kann B drücken. Ich kann B drücken und der Weg ist abgekürzt. What? Dafür gab es kein Tutorial. Okay, der Meister hier, Minicom. Was kriege ich? Was kriege ich? Äh, 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 äh. Gib mir eine Karte, Ronald. Gib mir eine Karte, Ronald. Keine Karten, gib mir Ronald. Ich habe doch erst 250. Verschiedene. Was? Achso, wahrscheinlich habe ich in meinem Deck noch normale Karten. Ah, nee, Water, Select. Habe ich doch, Jakob. Jakob, lass mich mit dir kämpfen. Ich bin ein unschuldiges Girl mit dem Namen Leo. Bitte. What? Okay, also ich habe Normal in meinem Deck wahrscheinlich. Ist so kleinlich, als ob Normal zählt. Äh, ich habe eine Normal-Energie. Merfiger Sack. Jetzt, Mr. Besserwisser Wasser. Einfach Apple mit neuer Technologie. Warte. All right. Ich habe sogar direkt ein Tour-Talk von Anfang an. Aber das will niemand benutzen, denn... Ah doch, wobei? 40 plus. Das 10 extra damage for each energy attached to this Pokémon. Ui, 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 ui. Okay. Dann ist das... Oh, ich könnte es sogar bauen. Und ich habe genau Shiggy... Okay, ich habe keinen Shilok. Ich dachte, ich habe Shilok. Habt ihr mal die krasse Technologie von Meta gesehen mit ihrer Brille? Ich habe letztens so ein Interview angeschaut, wo der die Brille dabei hatte. Aber der hatte eine... Die Brille dabei... Also diese Meta VR-AR-Brille. Der hatte die dabei. Aber mit... Also durchsichtiger Hülle. Und das ist so krass, wie jeder Millimeter von dieser Brille mit Technik voll ist. Also selbst hier in den Bügeln ist die krasseste Technik drin. Das ist so krank, was die da gemacht haben. Also mit dem Ding habe ich das Gefühl, haben die Apple mit seinem komischen Helm-Ding komplett in den Schatten gestellt. Ähm... Das ist alles so schwer. Ich meine, ich kämpfe jetzt hier gegen Elektro-Pokémon. Was soll denn das? Nein, ich kann mein Blastorys nicht hergeben. Aber der killt mich doch jetzt. Ist nicht... Ist nicht Voltoball... Tackle 10, 20. Okay. Na gut. Die. Ich hätte auch gern so einen Teil zum Filme schauen. Ich meine, es gibt ja eine von diesen Brillen, die du auch an die Switch und an den PC und an den Fernseher anschließen kannst, die einfach das Bild von etwas anderem in die Brille projiziert und du siehst den Bildschirm vor dir schweben. Und die soll sogar ziemlich gut sein und funktionieren. Ich habe nur gerade den Namen vergessen. Beat the Maps hat da viele Videos drüber gemacht, wie die echt funktioniert. Und vor allem Quest 3. Ne, tatsächlich so eine Brille, wie ich aufhabe. Aber eine Brille, die noch nicht mal... Also sagen wir eine dicke Sonnenbrille. Aber die sieht noch nicht mal dicker aus als eine normale dicke Sonnenbrille. Und die ziehst du auf, verbindest du mit Bluetooth, mit deiner Switch, Playstation, Fernseher, was auch immer. Und das Bild wird projiziert, sodass es aussieht, als würde ein Fernseherbild, ein 16 zu 9 Bild vor dir schweben. Was halt super geil ist für unterwegs, beziehungsweise im Flugzeug. Und dafür benutzt du das auch anscheinend privat und es soll richtig gut sein. Also es ist nicht so geil wie tatsächlich ein richtiger Bildschirm. Aber warum, warum, warum sollte... Also ich glaube, die kostet aber natürlich relativ viel, so 400 Euro. Was aber eigentlich geht für das, was es ist. Aber wenn die nicht so teuer wäre, würde ich... Das finde ich auch interessant, finde ich auch angenehm. Moment mal, der hat mir Energie weggenommen? Was soll denn das? Ich finde es jetzt auch wirklich gemein, dass der jetzt... Ach man, ich trottel. Ich hätte das Carpador wegtraden sollen und dafür mir einen Schillock holen sollen. Diese Anfängerfehler. Ja, Brandon. Es ist wirklich unfair. Aber der benutzt nicht nur Elektro, glaube ich. Das ist einfach nur so ein 1 und ein Voltable, was dich fertig macht. Was ist das? Wir sind in einem Watergym, Mann. Was soll das? Unverschämt. It's just a 1 Voltable. Cool. Cool. Wenigstens ist er tot, aber... Ich weiß halt nicht, ob das genauso gut wirkt, wenn man am Rand dann die echte Welt zieht. Das klingt ja eher nach AR als nach VR. Ich habe auch das... Ich habe das jetzt nicht verglichen mit tatsächlich der Meta- oder der Apple-Brille. Aber es ist einfach ein... Ähm... Achso, ja, weil du gemeint hast, du hättest gern so ein Teil zum Filme schauen. Aber klar, du... Aber es ist schon eine fette Sonnenbrille. Es ist jetzt nicht so, als ob du die ganze Welt um dich rum... Aber ja, du siehst natürlich die Welt. Es ist einfach nur eine Brille und dann schwebt ein Bild vor dir. Wenn du unterwegs bist, vor allem. Ah ja, die drei Volt-Tops vom Wasserclub. Oh, you are speaking English. I'm so sorry. I did not get that. You don't have to Google Translate. I can understand you. And I can answer you in English if you like. Except you wanna learn some German. Some German Chimferta, maybe. But yeah, that's pretty unfair to use three electric types in a water gym. And he's forcing me to use water Pokemon. Okay, with my Shillok. I'll pass, but thank you for the offer. It's a beautiful language. I think no, not one German would say that. We all know that it's not the most beautiful language. But it's also not that ugly, harsh language that everyone is talking about. Ist das das Meisterwerk, das sich Pokemon Pinball Mini nennt? Wie Salina, was? Selbstverständlich, das sieht man doch. Okay. Now. Trade. Okay. Now. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin blind. Ich bin so blind. Ah, okay. Nur eins? Okay. Aber er killt mich einfach danach direkt. Nein, nicht Schmetterling. Schmetterling. Du hast nicht hingeschaut, mein Mimikyu-Plush war zu süß, gell? Und das Fleckmon und das Anton, dessen Schnabel man nur sieht. Das ist so gemein, dass der mir Energie wegnehmen kann und seinem Pokémon sich selber geben kann. Das ist eine Unverschämtheit. Vor allem habe ich beide verloren. Was? Er hat mir beide weggenommen. Ich will es nicht umbringen. Wenn es mich umbringt, dann sterbe ich einfach sofort. Ich verstehe, dass ich Deck-Requirements habe, aber ich denke, dass es optional Challenges sind. Ich hätte machen neue Decks für jedes Opponent. Ich meine, sie sind ziemlich basic. Sie sind wie, nur use Water, nur use this. Und dann die letzte one ist wie, wenn du mit Electric attackst, es ist 10 plus oder 10 minus. Es ist 10 plus oder 10 minus. because I don't have enough cards, I think. It's just basic, basic water, basic type Decks. Dude, stop stealing. Wenn ich ihn umbringe, kommt sofort Elektro Ball und macht mich direkt fertig. Aber er könnte auch inzwischen... Warum kann er das Eevee nicht zurückziehen wollen? Und will er das nicht? Nein! Should have killed it! Okay... 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 I am dead... It's dumb-daunt. Hallo oder Jay? Oh, okay. Nicht angegriffen. Okay. Now. Was killt mich? Kann er mich danach killen? Wahrscheinlich. Uh. Moment. Ah. Er hat auch nur Wasserenergie. He's also having just water energies. That's funny. That's more fair. Okay. Aber jetzt bin ich unaufhaltsam. Ich renne da jetzt durch hier. Ich mache jetzt 50 Schaden jetzt. Ha. Decision? No. Bam, 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 bam. Ich muss morgen zum TÜV, Leute. Gar kein Bock. Ich habe so, also ich habe, es ist kein Problem, ich muss halt früher aufstehen und so. Aber ich habe keinen Bock, ich habe so Schiss davor, weil letztes Mal war das so ein, so ein Act, ey. Ich habe so Schiss davor, dass die mich wieder einfach ablehnen. Aber eigentlich, ich habe das einzige, was ja das große Problem immer war oder letztes Mal war, dass ich mit meinem, mit meinem, äh, Linkssitzer, ja, auf der anderen Seite fahre. Und deswegen vor allem, dass Licht anders sein muss. Streamer stehen nicht früh aus. Aber sie können. Ich kann. Warum sieht es aus, als ob man da rechts lang kann? Was? Vier Carpador-Karten? Oh. 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 Ah, I put all my good cards into one deck, then saved and loaded decks from the minicom. Yeah. Auf jeden Fall muss ich morgen früh aufstehen und dann zum TÜV fahren und letztes Mal war das halt so kacke, weil mein Licht immer falsch war und eine Lichtmaschine, also wie die Lichter eingestellt sind, ist halt, dass sie auf die Fußgänger gerichtet sind, dass man die Fußgänger sieht, aber weg vom Gegenverkehr. Und natürlich, wenn du dann auf der anderen Seite fährst, ist das falsch. Dann blendest du den Gegenverkehr und hast keine Sicht auf die Fußgängerzone. Auf die Fußgänger. Ähm, und deswegen musst du, entweder ist es ein relativ modernes Auto, wo du einfach einen Knopf drückst oder irgendwas verstellst, sodass die sich anders ausrichten. oder in meinem Fall müsstest du komplett, was? Oder in meinem Fall müsstest du komplett die ganzen Lichter austauschen, weil innen drin die Reflektoren und sowas einfach komplett anders sein müssen. Aber es gibt den schönen Umweg, einfach so Sticker draufzukleben, die eben das blocken. Also so, dass der Gegenverkehr nicht geblendet ist. Ähm, und beim ersten Mal, glaube ich, als ich hier TÜV gemacht habe, war das denen einfach egal. Oder die haben vergessen, es zu checken. Und dann beim zweiten Mal haben sie es nicht vergessen und haben zweimal Nein gesagt. Beim ersten Mal war ich halt, so habe ich halt gedacht, es passt, weil ich letztes Mal auch bestanden habe. Und sie haben gesagt, nö, die sind komplett falsch. Die Sticker sind komplett falsch. Und dann habe ich die Sticker nochmal kontrolliert und neu aufgebracht. Und dann bin ich wieder hin, hat er wieder gesagt, nein, stimmt immer noch nicht. So, was soll ich denn tun? Und sagt er, ja, privat ist das unmöglich zu schaffen. Du hast gar nicht die Maschine, um zu checken, ob das alles stimmt. Und, äh, dann bin ich extra zu so einer Werkstatt, die die Maschinerie dafür hat, um zu checken, ob das geblendet wird, der Gegenverkehr. Habe das da machen lassen. Und dann hat der TÜV gesagt, passt. Also ich bin zweimal durchgefallen und dann beim dritten Mal haben sie gesagt, passt, weil es professionell gemacht wurde, diese Aufkleber. Ähm, hätte ich retweeten können? Bis Eevee? Ich glaube nicht. Und jetzt habe ich einfach Angst, dass es über die zwei Jahre hinweg verrutscht ist, der Kleber und sowas. Weil ich selber kann es nicht testen. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, weil ich glaube nicht, dass die verrutschen. Warum sollten die verrutschen? Das sind so richtig krasse Aufkleber einfach. Aber wir werden sehen. Ich habe einfach Neues. Es ist einfach so ein riesen dummer Aufwand, immer da hin und dann da sitzen und warten und dann wird man gerufen und dann stellt man da und dann wird man, wird man fertig gemacht, dass man den Gegenverkehr blendet. Nee, die sind alle immer super nett. Wobei, sie sind nicht, sie sind schon nett, aber so hektisch alles so. Come on! So ist das doch easy. Oh, wait, now I get it. You said Dex from the Minicom. I didn't do that. I always went back to the prof. But you can just go into the Minicom and load your Dex. Oh my god. Now I get it. Ich habe keine Raichu. Aber ich glaube, ich habe gewonnen. Aber nee, er hat ein neues. Okay. Jetzt habe ich ja gewonnen. Das reicht nicht. Hallo Gameboy-Land. Winning. Winning. Okay. Aber da rechts ist auch ein Weg. Ist ja einfach so aus Spaß da. Oh mein Gott, wer ist das? Das ist bestimmt der... Achso, das ist der Wasser-Dungeon-Typ. Okay. Haben wir den befreit. Es ist der Wasser-Arena-Top-4-Arena-Wasser-Typ. Eben. Achso, er war da gefangen. Eben, da rechts geht es weiter. Okay, er war nur gefangen dahinter. Okay, und jetzt Mini-Kom. Oh. Da ist sie. Oh mein Gott. Es ist so viel einfacher. Ich bin noch mal zum Professor gelaufen. Das ist jetzt die Bedingung. Was ist denn irgendwann noch mehr? Water, I'm Alex. One of Team Grrrr's Water-Members. If you'd like to go and fight me, Water. Was ist mit dem? Your bench may only have three Pokémon. Okay. No problem. Verliere ich, wenn ich das mache? Oder sagt das Spiel dann nein? Nein. Ich hoffe, es sagt nein nicht. Weil ich werde es sicher vergessen. Aber sie hat schon vergessen, was? Pika, pika. Magnemito. No, 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 no. Ups. Ich habe den jetzt Reflex. Ich spiele die ganze Zeit auch ein bisschen offline. Ich habe den Reflex einfach die ganze Zeit so boosten. Aber es ist sehr nervig zu boosten. Pauros. Blöd. Stronk. Ich habe immer die Chance, dass ich jetzt ein Raichu chi, chi und dann geht es mega ab. Deswegen will ich so lange es geht am Leben bleiben. Ey, yo. Das machen wir einfach nochmal jetzt. Dann ist Party. Komm schon. Sweet. Okay, so I think Pikachu, du bist so weg. Trainiert der gerade seinen Magikarp? Das kann ich nicht zulassen. Dead. Good boy, Tauros. Ja, ja. Du magst es. Wie? Das ist, hat keine Weakness? Ein Pikachu, das auf... Achso, es ist immer noch ein Pikachu. Oh, ich bin so blöd. Ich dachte gerade, es ist ein Wasser-Pikachu. Du, weil es surft. Es ist okay. Es ist okay. No. The pain. Ich würde nicht zu Garados machen. Ich würde nicht zu Garados machen. You're up. Oh, Rosanna. Das ist gefährlich. Ein Raichu. Oh, jetzt haben wir zwar zu viel. Wups. Mit Rosanna kann man ja gar nicht angreifen, glaube ich. Das braucht zwei. Das andere braucht eins für Duplex-Heap. Oh mein Gott. Loser. Oh, das Wulnone habe ich noch nicht. Sehr schön. Recycle Energy. Diese Charnera ist so süß. Es ist so süß. Es freut sich so. Das Vulcano ist auch so süß. Es ist schon krass, wie viel Emotion oder wie viel ein Bild ausdrücken kann. Einfach nur mit einem riesigen Pixel-Raster. Da waren viele neue dabei. 263. Nee. Okay. Die Bedingung. I'm Brook, the leader of team GR's Water Fortress and I imagine you're Leo, the one famed. Yeah, I'm famous. If you can beat me in a card battle, you'll win the water coin you seek. There's so much water here for my adorable water Pokemon. Yep. Because of it, water Pokemon pay one less energy card to retreat here. Letztes Mal habe ich es ein bisschen bereut, dass ich nicht das genommen habe, was den Vorteil hat. Aber ich glaube immer noch, dass ich mit Elektro einen größeren Vorteil habe, als wenn ich jetzt Wasser nehme. Aber das ist krass, weil es gibt richtig krasse Wasser-Pokémon. Okay, schauen wir mal. Pika-Pika. Okay. Direkt 20 Schaden. Sie hat super krass angegeben mit Wasser-Pokémon. Die muss jetzt nur Wasser-Pokémon haben, sonst große Beschwerde für Game Freak. Und wir haben gerade genug um die Ohren. Dead. Komm bitte, lass das einzige Pokémon sein. Schade. Oh, sie hat Lapras. Na toll. Och, dead. Reitschuh. Mhm, mhm, mhm. Dead. Okay, aber mit dem Reitschuh, was ich gleich haben kann, mache ich alles fertig. Alles fertig. Oh nein, das kann nur Thunderbolt, der Rest ist kacke. Das heißt, aber ich kann trotzdem 30 Schaden, 60 Schaden machen. Aber ich muss richtig Glück haben. Vielleicht ziehe ich noch das andere Reitschuh, bis es soweit ist. Das ist, glaube ich, geiler. Come on. Okay, jetzt habe ich nicht mal genug Schaden gemacht, dass Reitschuh umbringt. Aber vielleicht ist es sogar geiler, einfach mit dem hier anzugreifen. 20 macht 40. Oh, ich glaube, Spark... Was macht Spark? 40. Ich glaube nicht, dass der mich sofort umbringen kann. Ähm. Ich könnte es auch mit der krassen Tag einfach umbringen, wenn wir... Nein. Überlebe, Pikachu, überlebe. Hat der... Hat die gerade einen Arctos gezogen? Mann, ey, ich hatte die fast schon jetzt... Oh! Arctos, so wie ich jetzt dieses Spiel kenne, ist Arctos einfach... Resist. King Electro. Nein, okay. Okay, dann, äh... Muss ich das jetzt machen. Beziehungsweise Gust of Wind. Auf der anderen Seite hat er keine Schwäche, ne? Der wäre noch nicht mal one-shotted. Aber er kann auch noch gar nicht angreifen. Er braucht noch zwei Energiekarten. Aber was für Energiekarten braucht er jetzt, wenn es durch zwei ist? Ah ne, nur die Hälfte der Wasser braucht er. Das heißt, er braucht trotzdem noch zwei normale. Okay. Haha. Die macht nur andere. Die Minusart, die kann nur nur, um Zeit zu schinden, ey. Das ist so schämt. Easy. Easy. Was macht das Aurora-Ding? Ich hab's nicht gelesen. Come on. Come on. Come on. Noch eins. Äh. 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 Ich mach zuerst eine normale Attacke, die hoffentlich ein Ding ist. Ich glaub auch nicht, dass es mich umbringt. Ah, fuck. Sie zieht keine Wasserenergie anscheinend. Jetzt mach ich 60. Ah. Sie hat echt zwei Arctos, mit denen sie einfach nicht angreift. Damit hast du nicht gerechnet. Oh oh. Okay. Blöd ist halt, ich kann nicht wechseln, glaub ich. Ich brauch eine Energiekarte, die ich nicht habe. Oh nein. Oh nein. Ah. Oh. Perfekt. Noch ein Lapras. Komm, sei paralysiert, schade. Das ist das Reitschuh, was ich wollte, das ist geil. Gigashock ist so insane gut, macht einfach 3 auf der Bank von ihm, 10 Schaden plus 30. Und wieder, erfolgreich, ist lange her, dass ich meinen Kampf verloren habe. Brücke. So, und ich glaube jetzt oder danach will Roland mit mir kämpfen. Will. Ich glaube, die habe ich alle schon. Ah, da war was Neues dabei. Ich glaube, die habe ich alle schon. Jopp. Neue Coin, die N-Ton-Coin. Okay, anscheinend so ein Bilderspiel, dass ich eigentlich zuerst Feuer mache. Okay, warte vor... Ich speichere mal hier. Es könnte sein, dass er zu Rolando kommt. Und den muss ich besiegen für die Trophäe. Ha! Da ist er. Hey Leo, komm hier! Du hast doch bestimmt jetzt nur Wasser-Pokémon. Da. Verpassbare Trophäe. Da. Verpassbare Trophäe. Schlechtes Reitschuh, aber gut. Warum habe ich es dann im Team? Gute Frage. Ähm. Zapp, das müssen wir vorbereiten. Nice. Hm. Shit. Okay, warte. Wir machen das so. Ach, geht noch nicht. Ähm. Okay, er hat einen Nock-Charm. Das ist jetzt richtig dumm. Das macht mich so fertig. Okay, warte. Boah, ist das so programmiert, dass er hier mit Kampf-Pokémon kommt, weil er vermutet, dass ich mit Elektro-Pokémon hier drin bin? Das kann halt echt sein. Oh, was? Energy Surge ist das, ne? Ich bin grad... Oh. Was ist Magnetic Storm? Remove all energy cards attached to all of your Pokémon, then randomly reattach each of them. Wow. Weiß ja nicht. Klingt risky. Ist richtig geil, wenn man so viel überall hat. oder halt auf einem hat. Nein. Ja. Ist die Frage, ob er nur noch Kampf hat. Dann wird's Hardcore. Oh je, Mini. Servus Lea, wirst du das neue Pokémon TCG Pocket spielen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich sehr lang damit beschäftigt sein werde. Ich will ein Video machen, wo ich den maximalen Betrag an einem Tag ausgebe, was 150 Euro anscheinend sind. Und dann danach werde ich wahrscheinlich feststellen durch diesen Test, dass es unmöglich ist, gute Karten zu kriegen, weil es einfach ein Gacha-Game ist. Und dann werde ich das spielen, die wieder spielen. So wie die meisten Leute wahrscheinlich. Was will ich tun? Ähm. Das hab ich schon. Come on. Mach das Ding mir nicht mit Kampf auch doppelt so viel Schaden, ey. Boah, ich hab die krasseste Kampfschwäche. Okay. Wem bereite ich jetzt vor? Ja. Was hat er? Okay. Eigentlich ist die Attack am besten mit 30. Und Kale, willst du es dir auch holen? Kale. 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 Schon wieder hab ich gesagt, ey. Kale. Kale. Wenigstens greift er nicht an. Ach so, er kann auch nicht angreifen. Jetzt kann er angreifen. Und er wird mir jetzt 2040 Schaden machen. Kale. Ok. So. Ich hätt eher wieder Routen schlag machen sollen, ne? Aber er sollte mich nicht killen können Und ich kann es paralysieren Alles gescriptet hier Auf jeden Fall mal ausprobieren Aber Geld wollte ich keins ausgeben Da wird es sicher nicht lange gespielt Ja es ist halt Wenn du nur zwei Packs am Tag aufmachst Die Wahrscheinlichkeit Dass du eine seltene Karte ziehst Liegt bei 0,1% Und innerhalb der seltenen Karten Gibt es nochmal seltene Karten Also die extrem seltenen Die so dieses 3D haben Wo du reintauchen kannst Ist 0,0001% oder sowas Also es ist unfassbar Selten Aber trotzdem kannst du natürlich Glück haben Und vor allem wenn du das Spiel wahrscheinlich neu startest Wie jedes Gacha-Game Wird das Spiel dir Glück geben Am Anfang damit du süchtig wirst Und dann eher Geld ausgibst Godpacks gibt es glaube ich auch Ja habe ich auch gesehen Bitte Oh nein 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 Rolando Ich habe mich verklickt Was soll der Kack denn Ich weiß nicht was ich searchen könnte Außer dass Herr Flammara wechseln soll Retreat 1 Retreat 1 Retreat 1 Retreat 1 Retreat 1 Okay Dann Mach ich mal das Nein Noch 5 Karten Computer Search Computer Search lässt mich nur die ersten 5 Karten anschauen Dann hat das nichts gebraucht Ach ne Choose a card to discard Ne stimmt schon Okay Ist irgendwas Irgendwas Oh Gott Seltsam Ach 2 Karten muss ich weghafen Deswegen Alles gut So jetzt Gust of Wind Ein bisschen Zeit sparen Er wechselt es noch nicht mal aus Hallo Faulgott Am Anfang bekommt man wohl noch viele Packs Damit man angefaxt wird Weil man viel gratis Ingame Währung bekommt Genau Wie halt Am Anfang immer bei solchen Spielen Ne Die gratis sind Du machst hier was Und dann blinkt da was Dann löst du hier was ein Und da was Oh mein Gott Und dann irgendwann nach einer Woche Hört es auf Und du merkst Wie unglaublich langsam es geht Wie bei Pokémon Sleep Wie bei all den Genshin Was nicht alles Habe ich noch eins Ich habe sogar noch eins Ach schade nicht Können gleich Thunder machen Dann geht's ab Ah Thunder macht mir auch 30 Schaden Selber Was ist ein Problem Das ist jetzt sehr nervig Denn so viel Energie habe ich gar nicht Viel Leben Wenn ich jetzt 60 Schaden mache Ist Eboli weg Und dann ruft er einfach Flammara Und er killt mich Wenn ich mir selber Schaden mache Wenn ich mir nicht selber Schaden mache Dann überlebe ich noch Eine Flammara Attacke Das geht ja nicht anders Come on Nein Die Attacke misst komplett Achso weil es war Ach das war der Sandwirbel Okay Ich dachte das war Meine Attacke schon Ne das war Okay 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 Gut Gut Nein Jetzt bringe ich mich selber um Wenn ich Also zuerst muss ich Kopf Ich muss jetzt zweimal hintereinander Kopf würfeln Was ein Bullshit Was ein Bullshit Ich habe erst eine Karte von ihm genommen Er hat schon zwei Karten von mir Aber jetzt bringt sein Flammara mich einfach rum Mit einem Biss Ja Oh was für ein Kack Oh was für ein Kack Ah Ah er hat alle Er hat alle Evolis Wow 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 Wir können doch auch wieder so ein Pokémon TCD für die Switch rausbringen Ähnlich wie die alten die du auch gerade spielst Aber da kann man die Wale nicht so gut melken Ja und es gibt halt nicht mehr so großen Grund das zu spielen Weil das gibt es ja Es gibt TCG vs. Life Wo du all das hier machen kannst Sogar online gegen andere Und so weiter und so weiter Also TCG existiert Nur halt nicht in dem Oldschool Look Aber wenn du TCG einfach spielen willst Ich meine sie können es auch für die Switch rausbringen Aber du kannst es eigentlich überall spielen Kannst du es auf der Switch spielen genau genommen? Wenn du einen Browser öffnest Ich verliere gegen Rolando Yes Was habe ich für Wie viele Evolis habe ich? Wofür? Kekle? Nein Oh 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 Es läuft beschissen. So beschissen. Und jetzt kann ich wieder Thunderbolt machen, aber er muss alle Energie weglegen. Alle! Ich mache Thunderbolt und verliere einfach drei Energien. Das lohnt sich nicht. Oder lohnt es sich? Rolling Kick. Er könnte halt nächste Runde Rolling Kick machen, dann bin ich eh weg. Na gut. Kacka. Oh, das war wahrscheinlich wichtig. Warum hast du noch einen Kickli? Warum muss ich... Der hat mein komplettes Deck. Oh, ist okay. Ich fand alles kacke, was ich hatte. Danke. Geil. Ähm. Eigentlich ist Electrobust das sicherste von allen. Pin Missile. Kann halt 80 Schaden machen. Und Quick Attack wieder... Die dumme Quick Attack Attacke, ey. Aber der macht einfach schöne, angenehme 30. Sind ja so viele Sachen jetzt schon wieder innerhalb von einem halben Tag über den Leak rausgekommen. Neue Gen 3 Sprites, Beta Sprites, neue Gen 5 Beta Sprites. Aber nachdem wir jetzt sau viele gesehen haben, sind die gar nicht mehr so interessant. Es werden halt... Es wird halt immer übersichtlicher, so was sein sollte und welche Nummer und was... Warum, wieso. Aber was krasse ist, ist anscheinend... Anscheinend... Hat der Leaker... Eine spielbare Version von Legends ZAR. Die er auch schon getestet hat und gesagt hat, macht echt Spaß. Aber er wird es nicht veröffentlichen. Weil er wie gesagt nicht spoilern will. Aber irgendwie ist es alles schwer zu glauben, was so jemand sagt. Ah ja, das ist eine krasse Vorstellung, dass der einfach auf seinem PC Legends ZAR schon spielt. Weil er es einfach schon da mit dabei war. Nicht komplett fertig natürlich, aber so ziemlich anscheinend. So, Elektrabass. Eine brauche ich zum Wegtun oder gerne einen Switch vielleicht. Du kannst Lightning Flash mit nur einem einzigen? Okay. Ich habe auch schon GTA 6 getestet. Macht echt Bock, will jetzt aber nicht spoilern. Genau. Labern kann man viel. Also wenn du es einem glauben kannst, dann dem, der halt... Tatsächlich... Ne? Krass abgegangen ist. Ein paar... Ein paar Game Freaks geleakt hat. Ich hätte einen Switch gerne. Ich hätte gerne einen Switch. Double Kick. Oh. Oh. Okay. Der Attacke kann halt meinen Elektrobass... Auch killen. Komplett. Oh. Dann gasten wir jetzt, oder? Ja, wir gasten. Let's Guest. Wenn es nicht so viel... Äh, wobei... Come on. Ist egal. Ich sehe mittlerweile nur, wie sich Leaker biefen. Dass sie sich gegenseitig die Leaks klauen. Echt? Es gibt auch die und es... Es ist klar... Die Leaks falsch interpretieren. Und andere sich dann darüber aufregen, dass es falsch interpretiert wurde. Ich habe das Gefühl, da habe ich auch schon was gesehen. Oh mein Gott. Aber habe ich das... Ich habe das Aquano umgebracht, ne? Okay, okay. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Es ist nur dieses elendige Viecher, wir kriegen. Komm. Paralysiert. 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 Yes. Ronaldo. Weg ist er. Außer er heilt sich jetzt. Außer er ruft irgendwas anderes. Paralysiert. Haha. Jawohl. Das ist so krass, dass ich das gewonnen habe. Ich war so im Nachteil mit seinen 5 Kampf Pokémon, dass ich das gesch... Wow. Oha. Sweet. Ist das ein Onyx? Computer Error. Das ist ein Onyx, das aus dem Computer rauskommt. Sweet. Wieder eine versteckte Trophäe. Oder, äh, vermissbare. Missable Trophy. Dark Blastoise? Äh, nope. Keine Musik hier. Wobei, das ist die Musik von... Das ist nicht die Ima Kuni Musik? Ne? Ah, doch hier. Es gibt nämlich bei Team Grrrr... Auch hier, auf der Insel Ima Kuni. Den muss man auch dreimal besiegen. Ima Kuni. Oh Gott. Der sieht so viel schlimmer aus. Wie zum Beispiel, äh, die Geschichte über Tornupto. Das habe ich gestern schon kurz erzählt. Die Geschichte von Tornupto ist ja wirklich crazy. So, was... Irgendjemand bei Game Freaks sich da ausgedacht hatte, für die Backstory von Tornupto, ist ja wirklich crazy. Aber, wenn man sich ein bisschen besser informiert, und das vielleicht nicht schlecht übersetzt aus dem Japanischen, dann ist das eigentlich sogar eine recht romantische Geschichte. Die Geschichte von Tornupto ist nämlich in Wirklichkeit, oder was heißt in Wirklichkeit, ich weiß es auch nicht sicher natürlich. Aber das klingt auf jeden Fall logischer, als die Geschichte, die jetzt alle erzählen. Die Geschichte von Tornupto ist nämlich eigentlich, dass Tornupto, die Art von diesem mystischen Tier, Tornupto, kann sich in einen Menschen verwandeln. Und es lebt eben in der Nähe von Dörfern, in Höhlen, und verwandelt sich in einen Mensch. Um dann unter den Menschen, halt, sich zu bewegen und sowas. Was passiert? Ah, okay. Und, es gibt halt die Geschichte, dass ein Tornupto unter den Menschen sich bewegt hat, und sich dann tatsächlich in jemanden verliebt hat. In seiner Menschengestalt. Und dann auch eine Beziehung eingegangen ist mit diesem anderen Menschen. Und die auch zusammen ein Kind gemacht haben. Aber halt in dieser Menschengestalt. Total die romantische Geschichte eigentlich. Das ist wie die Schöne und das Biest. Ich meine, wirft man der, wie heißt sie, Belle? Nee. Wirft man der Schönen von der Schönen und das Biest vor, dass sie mit einem riesigen... Wobei, der war eine Bestie und war in Wirklichkeit ein Mensch. Der ist in Wirklichkeit eine Bestie und hat sich als Mensch ausgegeben. Trotzdem, es ist lang nicht so schlimm wie das eine, was die Leute sagen. Pika, Pika. Nice. Was ist schon wieder? Ah, nee, es ist das geile, Gigashock. Das Gigashock ist so insane. Spark it. Hallo, Carmine. Ja, Kuni ist in Wirklichkeit ein richtig schlechter Kartenspieler, ne? Ich glaube, das ist der Witz daran. Was der zwischendrin für Sachen manchmal macht, ist wirklich lächerlich. Bitte überlebe jetzt nicht, dass der irgendwas Zerzames macht jetzt mit meinem Pikachu. Bitte, Pikachu, überlebe. Ich habe Angst. Okay, okay, okay. Fleckmann hat sich selbst wehgetan. Fleckmann hat sich selbst eingeschläfert. Dieses Fleckmann ist die... Der, das Fleckmann. Was immer noch schläft. Es tut mir leid, Fleckmann, aber du bist jetzt sowas von Gorn. Gebt euch jetzt, wie geil dieses Reitsche ist. Ich mache Gigashock. Und darf dem Rest der Bank auch 10 Schaden machen. Fleckmann ist nicht... Nicht... Wasserwieg? Okay, Wasserwieg. Was ist denn das andere, was die Leute sagen bei Tornopto? Äh, dass es losgeht und kleine Mädchen entführt und, äh, mit denen Kinder macht. Es ist ein Unterschied, ob du dich in Menschengestalt... ...und wirklich verliebst. Oder ob du absichtlich... ...kleine Mädchen entführst. Ähm... Es kommt aber wahrscheinlich darauf an, wie du die japanische Geschichte übersetzt. Aber es kann natürlich auch sein, dass da ein komischer, kranker Mensch bei Game Freak gearbeitet hat... ...und einfach diese Geschichte so wirklich crazy erfunden hat. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass die einem Chef jemals gezeigt wurde. Das heißt nicht, dass der Chef auch nur ansatzweise das überlegt hat, zu veröffentlichen diese Geschichte. Das heißt nur, dass irgendwo ein Dokument bei Game Freak existiert, wo die Geschichte stand. Warte, ich habe ja schon ewig diesen Spirit nicht gemacht. Taylor, wo bist du? Taylor? Wann hast du das gemacht? Taylor? Taylor? Taylor, bist du doch da? Du bist ein Geosali. Oder das Danach halt. Sedi... Ne. Carmine, du bist ein... ...Schluppuk. Easy, easy, easy. Wir halten durch, wir halten aus. Ich liebe die Story mit der Liebe. Ja. Winning. Oh, was für eine geile Traumato-Karte. Ich will die. Schenkt er mir die denn? Die ist ja so geil. Was ist diese geile Traumato-Karte? Gewonnen. Ich muss den dreimal hier besiegen irgendwo, random. Dann kriege ich von ihm, glaube ich, eine Karte. Und jetzt ein Pack. Was für eine coole Alp-Holo-Karte. Harass. Da ist die Traumato-Karte. Wie cool ist sie. Was ist das? Goop-Gas-Attack. Was ist denn so ein Typ in einem Anzug? Hallo, Maury-Diven. Hedge-Goodman. Du bist ein... ...Mobile. Mobile. Ich spiele es heute durch. Ich renne hier ja förmlich durch. Vor der Psycho-Arena müssen wir die nächste Ding machen. Aber wir können trotzdem mal gucken, ob ich jetzt schon eine Challenge-Hall machen kann. Entweder hier. Ups. Nope. Challenge-Hall ist nämlich auch zeitbasiert. Also die kann ich verpassen und dann kriege ich nie die Karte, die man da kriegt. Was nichts bedeutet. Man kann die Karten auch anders kriegen, aber... Das ist eine Trophäe. Komischerweise ist auch diese Ishihara. Keine Ahnung, wo die ist. Ist nicht mehr hier. Vielleicht ist die in GR. Nee, wir können nichts machen. Dann geht's weiter mit der Sturry. Ähm... Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, ich habe ein Wasser-Deck. Aber ich wette, das Erste, was der Erste sagt, ist... Hey, nimm ein Feuer-Deck. Oh. Normale Glura-Karte. Die ich noch nicht hatte, anscheinend. Okay, gucken wir mal. Was ist deine Bedingung? Just a moment, please. I'm trying to con-coct. Con-coct? 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 Okay, so if I mix in a pinch of... Yeah, 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 yeah. Behandle, given the orders, would you like to duel? Nein, nein, nein. Haben wir noch keine Bedingung? Ishihara ist der Erfinder des Farbtests für Rot-Grün-Schwäche? Wirklich? Also ich glaube aber nicht, dass es der Ishihara ist. Aber ja, okay, wenn der Erfinder davon heißt wahrscheinlich... Es heißt anscheinend Ishihara, ja. Aber ich glaube, dass es der ist. Aber wir sollten die dem in das Spiel hier einbauen. Ah, oder... Ich meine, vielleicht ist es eine... Ode an Pokémon Rot-Grün. Okay, das wäre schon ein bisschen witzig. Kann sein, dass es deswegen Ishihara heißt, weil Ishihara Rot-Grün, Pokémon Rot-Grün... Nee, es ist aber... Nee, es ist Rot-Grün. Die ersten Spiele sind Rot-Grün, nicht Blau-Grün. Rot-Grün. Stimmt schon. Was ist das für ein Punita? Noch nie gesehen. Aber cool. Ich bin sorry. Du hast eine leichte Wasserschwäche, glaube ich. Du kannst 30 Schaden machen von Anfang an. OP, OP. Jetzt bin ich tot. Was? Okay. Ich liebe sowas. Ach, guck mal, die Maske von ihr ist jetzt auf den Augen. Das ist aber nicht, äh... Konform. Slimeok. Geiles Hypno. Okay, weiter. Leo, I've been waiting for you. What? I am the mighty Chara of Team GR, so I'm coming for Leo. Oh, wait. We're supposed to duel. I'll challenge you to a card duel. Yes, yes, yes. Was sind deine Bedingungen, werte Chara? Bist du nicht bei Detroit Become Human? Äh... What card should be allowed? Only Fire Energy. A card battle against me comes with a special condition. Fire Type. Oh, okay. War klar, ne? Aber nicht. Shit. Hab ich nie eins gemacht? Es kann sein, dass ich nie eins gemacht habe. Na doch. Okay. Äh, aber... So, dann hab ich irgendwann mal... Fire. Ah, ich hab das eine Cherry seit grad weggegeben durch den Trade. Deswegen hab ich das nicht. Yes. Warum hab ich jetzt zwei Gras dafür genommen? Okay, lass mich schauen. Delete Record. Was? So, warte. Ich kann's ja so ändern. So. So. Okay. Oh mein Gott. Come on. Aber nicht rum. Oh mein Gott. Oh Gott. Versuch nicht irgendwie eine Story hier rein zu machen. Ja. Was? Oh shit. Deswegen. Ah. Was denn? Was denn? Was denn? Ach so. Ich hab... Hä? Ich hatte das doch... Select Deck? Ja. Hier los. Oh mein Gott. Was? What is going on? Normal. Ja. Nee. Doch. Zählt, dass Postenergie zählt aber nicht? Die Postenergie zählt? Und... Okay. Hallo Sylpharion. Hallo Sophie. Hallo Maverick. Seit wann ein SM7B? Wie du das sofort siehst, dabei blendet es sich so gut ein. Seit heute. Hast du Feedback? Klingt das komisch. Ähm... Weil mein anderes ist kaputt. Also für Stream war es okay, aber für Videos war es schrecklich, weil es einen Wackelkontakt hatte. In dem Gehäuse drinnen irgendwo. Und deswegen habe ich mir das geholt, was jeder hat. Ich weiß, es ist jetzt nicht mehr so schön, nicht mehr so besonders. Aber dafür ist es um einiges angenehmer einfach. Das andere war sehr... Ähm... Wie sagt man? Ungelenk. Drei Punitas. Dann mache ich mir mal ein Galoppa. Warum sind so viele nette Menschen bei Team GR? Es ist irgendwie komisch. Die sehen alle so süß aus. Sollten die nicht alle super böse sein? Ich weiß nicht, was ich denken soll über dieses Team. Attached Fire Energy to Squirtle. Die dumme Kuh hat schon wieder Wasser... Einfach das Gegenteil von dem, was die Arena sagt. Oh mein Gott. Äh. Was mache ich denn jetzt? Ich bereite dieses Punita vor. Was? Alles killt mich. Oh. Dass das überhaupt angreifen kann, ohne Wasserenergie, ist eine Unverschämtheit. Bruh. Jetzt kommt der Soldat an die Feier. Was? Ich bin zerstört. Zerstört werde ich. Hat der Stiller Chance. Mit Agilität. Jawoll. Wie empört ich bin. Die greift einfach mit Wasser-Pokémon an, die keine Wasserenergie brauchen. Unfair. Nein. Oh shit. Come on. Okay, ist auch egal. Ich hätte eh zwei mal angreifen müssen. Aber es war so dumm. Zu schnell geklickt. Wenigstens hat sie ihr Squirtle jetzt weg. Warum auch immer. Nein. Mit dem ersten See sieht es einfach anders aus als mit dem anderen. Ja. Aber schlechter? Einfach anders. Was tauscht ihr hin und her? Die ist so crazy mit ihrem Tauschen. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Gib mir Feuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach anders. Ich würde sagen, ich würde sagen, es sieht uninteressanter aus, aber dafür sieht es jetzt, ähm, es lenkt nicht mehr ab. Ich mochte das Mikrofon schon sehr, aber ich mochte nicht die Spinne außen rum und die musste ich quasi benutzen. Und die war schrecklich. Und dieser Popfilter war auch schrecklich. Und das Ding war so, nicht verrostet, aber so, es hat halt so viele, keine Ahnung, wie soll man das nennen? Durch das fünf Jahre lang reinreden, ist es halt dreckig. Aber halt, ich habe das immer sauber gemacht, aber halt nicht, aber halt, das kann man nicht wegkriegen, weil das halt so, das Metall ist nicht gerostet, aber halt so Kopper mäßig, so wie halt Münzen braun werden, obwohl sie eigentlich eine andere Farbe haben. Lass mich in Ruhe. Okay, okay. Wenn es noch ein Buster Pokémon kommt, dann ein Problem. Es oxidiert, genau. Eben, keiner mag spinnen. Moment, was? Das hat Minus, das hat Def gemacht? Das habe ich nicht mitgekriegt. Oh nein. Was kann ich angreifen? Haha. Jetzt aber. Komm. Sweet, das war sogar besser. Das ist besser gelaufen. Jetzt bin ich für die nächste Runde geschützt. Das war die erste. Ich habe so viele Iremons einfach fertig gemacht. Das war das erste. Oh, schon wieder Defender. Was ist denn das für ein Computer hier? Nice. War nur voll gespuckt. Ja. Aber er ist halt so oxidiert. Und innen drin durch das fünf Jahre... Ich habe das ja für YouTube-Videos immer in die Hand genommen, was man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt machen sollte. Ähm. Aber irgendwas innen drin hat einen krassen Backelkontakt. Und dachte ich mir, ja, ist das so... Man könnte ja mal ein neues sich holen. Komm schon. Gewonnen. Uah. Gewonnen. Aber das finde ich ganz geil, dass sie einfach... ...meine Schwäche benutzen. Aber sie benutzen trotzdem keine Wasserenergien. Aber sie benutzen halt Wasser-Pokémon, die keine Wasserenergien brauchen. Not bad. Gewonnen. Aber falls sich irgendwas anders für euch anhört, ist es zu leise jetzt, klingt es komisch, sagt es sofort, dann... Ja, für mich klingt alles ziemlich ähnlich. Ich habe nur das Gefühl, ich muss ein bisschen lauter reden. Irgendwas ist anders. Irgendwas klingt ein bisschen anders in meinen Ohren. War das nicht die letzte Karte? Ach, sie hat nur noch eine Karte? Wow, wow, wow. Wann ist das passiert? Stimmt es? Ich muss noch zwei von ihr umbringen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Aber ich glaube, das schaffe ich. Yes, vor allem so. Ich finde es gut. Okay. Kann an Thomas liegen? Wer ist Thomas? Ich habe das Mikrofon bei Thomann gekauft, nicht Thomas. Okay, es greift nicht an. Ja. Kann das Ding... Das Ding kann doch eine 30er-Attacke, glaube ich. Es kann eine 30er-Attacke, aber erst mit drei Energien. Das wird es jetzt nicht so schnell machen. Aber vielleicht macht es Plus-Power. Das wäre so krass, wenn sie jetzt eine Doppel-Normal-Energie macht und dann Plus-Power und ich tot bin. Das wäre so insane. Außer... Verdammt. Die liefern nach Skandinavien. Der Thomas ist anders. Die liefern nach Skandinavien. Erstens, ich glaube, Thomann liefert weltweit. Ja, weil die weltweit überall sind. Und warum kommst du auf Skandinavien? Bitte sprich es aus, damit ich dich belehren kann. Bitte sag es. Okay, ich habe es geschafft. Kult und Dunkel ist gleich Skandinavien. Kalt und Dunkel ist gleich Skandinavien. Okay. Falsch, aber okay, selbst wenn du das als Definition nimmst. Hier ist es nicht kalt und dunkel. Im Durchschnitt ist es hier wärmer als bei euch. Ah, das ist die Top 4. Okay. Vielleicht, weil der Winter durch die Lager mehr mülder ist. Korrekt, korrekt, korrekt. Aber Skandinavien besteht nur aus Schweden, Norwegen und Dänemark. Vielleicht noch irgendwelche kleinen Inseln. Was soll ich machen? Vier Eevees. Okay, vier Eevees. Rattata. Da ist sogar zwei drin. Oh, fest Protokoll. Ich weiß natürlich, dass Irland eine billiaren Insel ist und nicht zu Skandinavien gehört. Ich muss schon Leuten erklären, warum wir nicht in der UK sind oder was der Unterschied zwischen UK und Irland ist. Und ich muss auch schon Leuten erklären, dass ich nicht in Dubai lebe. Auch wenn es ähnlich klingt, ich weiß, Dublin und Dubai, man könnte denken, das ist das Gleiche. Ich will nur sicher gehen. Ich will hier nicht ignorieren, wenn jemand was komplett Falsches sagt. Kurz gesagt, ich verstehe keinen Spaß. So, so, sie sieht cool aus. So ein süßes, so ein süßes Lomanda. Das war glaube ich, jetzt mache ich 20 weniger Schaden, ne? Unverschämt. Ich dachte, das H in Leo steht für humorvoll. Ja, ist gut. Uh oh. Uh oh. Natürlich, die Feuer-Arena-Leiterin, äh, die Feuer-Frau hat Elektro-Bogen. Ich worte der Faule gleich. Ganz viel Glück hast du das dann mit den Balearen überlesen. Äh, darüber weiß ich zu wenig, als dass ich darüber kommentieren könnte. Was ist jetzt gefährlich, was ich hier gerade mache? Vielleicht haben wir geiles Glück. Was sind Spanische Inseln im Mittelmeer? Ich weiß. Ich wollte dich doch bloß auf die Probe stellen, Mensch. Okay, wir können Gas auf Wind machen. Geil. Charmander. Oh, dann wird sofort wieder der gerufen. Äh, bringt nicht viel. Der kann mir 60 Schaden machen, aber danach ist er weg. Wir müssen es tun. Das H in Biest steht auch für humorvoll. Oh, du hast gerade deinen Stonk gekriegt. Also deinen Bonk gekriegt. First Try. Nicht schlecht. Nice. Glück gehabt, sonst wäre ich weg gewesen. Wenn du jetzt Charmander rufst, überlebe ich das, glaube ich. Fotori, du bist dieses Fossil-Dingens. Ich habe nur keine Ahnung, wie es heißt. Zusammengewürfelt. Ähm, apropos Biest. Wir verkaufen auch jetzt Feastables und die schmecken echt widerlich. Du hast sie schon probiert. Ja, ich habe auch überall nur gehört, dass sie widerlich schmecken von den ganzen YouTubern, die sie probiert haben. Aber, also es ist halt für Kinder, Mann. Es ist halt schrecklich. Wie YouTuber anfangen jetzt wirklich nicht nur in den Medien für die zu sein, sondern einfach im Leben. Bald, oh shit. Bald kannst du einfach Wundertüten und Schultüten kaufen für, von MrBeast. Ich brauche noch drei. Oh Mann, ey. Das heißt, woher hat er dieses Eevee auf einmal her, das mir Schaden machen konnte? Das war vorhin noch nicht hier. Oder wahrscheinlich schon. Woher ist Schillock? Ja. 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 Wir haben so viele Influencer-Produkte im Laden, das ist echt nicht mehr normal. Aufstand, happens, Aufstand! Bald übernimmst du den Laden und dann einfach sagen, nein! So einen Dreck bieten wir nicht an. Das ist eigentlich Pounce. Das wird hier gepounced. Ja. 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 Geil. Hätte ich das mal gemacht, ne? Aber du hast ja auch, das habe ich ja noch nicht probiert, äh Prime probiert. Wie war, was war deine Meinung zu Prime? Wie schmeckt das? Schmeckte das gut? Gut. Jetzt mache ich 10 oder 20 weniger Schaden. Bekomme ich. Ah, nein. Der eine Rote kann ich noch angreifen. Persian muss kein Retreat zahlen? Wow. Ich habe ihm sogar so eine, eine zu viel gegeben. Prime is RIP. Purer Zucker, don't do it. Es schmeckt nach purem Zucker, aber die werben doch damit, dass es kein echter Zucker ist. Schmeckt auch einfach alles gleich, trotz der verschiedenen Geschmäcker. Okay. Okay. Was machen wir da? Gehen wir auf die Straße. 60 sogar? Trotzdem Heule? Komisch. Ich mache mir lieber eine Kokosnuss auf und fülle da noch Saft rein. Der Kokosnusser-Saft-Kombi-Challenge. Dark Gengar? Das habe ich nicht geguckt. Ich habe es schnell gedrückt. Cooles Macho mal. Da war auch eine neue Karte dabei. Courtney is free. Habe ich jetzt nicht schon 4 befreit? Oh, Arcani-Karte. Habe ich gerade Gengar gehört? Ja, aber ich habe super schnell geskippt. Es tut mir leid. Ich glaube, ich kann sie anschauen, wenn ich in mein Menü gehe. Wobei, ne, ich glaube, da muss ich zu so einem PC gehen. View Card Catalog. Gengar. Hier. Ah, das war das. Das ist cooler. Das ist auch lustig. Einen dicken Spukball unterm Arm. Push aside. Wie viel wiegt ein Gengar? 40 Kilo. Das ist schon das Ende? Ja. Was ist die Bedingung? Ich tue mal die Evis aus meinem Team. Nein. Dargänge wird der neue Nickname. Auf Twitch hier, denn ich glaube, den gibt's schon. When your team puts special cards in our decks, we mean to use them. Putting pointless cards in a deck is a folly, we don't aim to perform. Every card should be useful in a duel. Ja, okay, okay, aber ist das doch die Bedingung? Around this, Flying Lava, Fire-Pokémon are especially robust. In fact, their common weakness to water is effectively ignored. Shit! Ich mach's trotzdem. Weil ich resistent bin, wahrscheinlich. Okay, keine Feuerschwäche haben sie. Der Graul ist jetzt schon vor dem 11.11. War's am 11.11.? Das ist der Kölle-Alaf. Nee, Fasching ist doch nächstes Jahr, was? Ihr hattet gerade schon einen Bonk. Ihr könnt nicht einfach jetzt wieder einen Bonk wollen. Geht das nicht? Ab 11.11. Um 11.11. Werden die Narren freigelassen. Ich kenn eure komischen... Westdeutschland... Bräuche nicht. Ihr nennt auch ein Butterbrot halber Hahn. Das ist ein Hühnchen, Mann. Aber nein, das ist ein Brot. Beginn von Karneval. Ich verstehe diesen Karneval nicht. Ist Fasching nicht Karneval? Oder willst du mir sagen, dass es einfach sechs Monate lang Karneval ist? Warum ist denn im November Karneval? Ich glaube, das sage ich jedes Jahr, wenn du mir das sagst. Hör doch mal auf mit diesem Karneval. Er macht keinen Sinn. Niemand in ganz Deutschland macht das, außer ihr. Oh, gut. Schiebt. Oh Gott. Wir brauchen einen Grund zum Saufen. Das werde ich ja nie verstehen, warum Leute einen Grund zum Saufen brauchen. Also ich verstehe allgemein nicht, wie man saufen kann. Du auch nicht. Aber dass Leute dann auch nach Gründen suchen. Such doch keine Ausrede. Macht's halt einfach. Steht doch dazu, wenn ihr degenerierte Säufer seid. Verrecke hier. Verkaufst es nur. Naja, du verkaufst es nicht. Du bist nicht der Laden. Du bist ja gezwungen. Habe ich nicht in Dark Garadus? Ja, hier. Uff. Verkaufst es nur. Oh. Oh. Wie kannst du abends noch ruhig schlafen, nachdem du so viel Alkohol jeden Tag verkaufst? Dieses Ponita wäre so schön weg, aber nein! Warum haben Wasser-Pokémon eigentlich keine Feuerresistenz? Was ist das? Das kann man doch nicht kommen sehen! Oh, ich kann schon angreifen, wie geil! Das Power doesn't work if Dark Gyarados is asleep, confused or paralyzed. Ach so, die Power! Flip a coin and Fats for the Pokémon is now paralyzed, let's go! Come on! Come on, Motherfucker, come on! Now there is a chance! Und gegen Bulnona und war das andere krasse? Galoppa noch! Hätte ich doch nur meinen Vorteil! So, die Pokémon-Power sagt, dass wenn Gyarados stirbt, werde ich so viel Schaden machen, wie ich Energie habe! Und ich habe nichts anderes, aber ich sollte jetzt einfach, ich sollte noch einmal Gust of Wind vielleicht machen, bevor ich den Zweck schmeiße! Dark Ninetales kannst du schon angreifen! Nicht wirklich! Du kannst halt nicht wirklich angreifen! Ich rufe, glaube ich, Rapidash! Es kann einfach retreated werden! Ich glaube, superschnelle Pokémon können einfach zurückgezogen werden! Und was macht mein Ice Beam? Ne, 30! So, ich mache Gust of Wind und hole das Rapidash, das noch nicht wirklich angreifen kann! Dann mache ich Professor Eich! Damit ich neue Pokémon habe! Und dann Ice Beam mich und paralysiere Galoppa! Haha! Nochmal! Schick! Was kann ich angreifen? Geil, 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 geil! 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 Neuun.. für jeden Schwanz einmal?! Habe ich keine Resistenz? Ach so, eine geile Attacke. Habe ich kein... Oh mein Gott. Aber du bist tot jetzt. Oh mein Gott. Was für eine krasse Attacke, wenn man so viel Glück hat. Mies. Was war das? Kann ich... Ich hole es mir einfach mal an. Schau es mir an. Ein Blastoise wäre eh gleich gekommen. Hydro-Pumpe. Das ist 10 extra damage for each energy attached to this Pokemon, but not used to pay for this. Äh, okay. Äh, 30. 40 Schaden. Jo. Tschüss, Glumander. Anfang denke ich immer aussichtslos und dann geht es irgendwie doch. So ein dicker Schwanz. Kann ich... Ah, ich kann keine... Ich habe keine Wasser... Keine normale Energie, glaube ich, hier. Jetzt mache ich halt... 50 Schaden. Das reicht. Hoho. Winning. Ich verliere nicht mehr. Ich kann nicht mehr verlieren. Geile Winona-Karte. Nine Tail Whip. Neun Münzen darf man würfeln. Oh, was für ein geiles Ibitek. Drill Drive. Drill Dive. Was für ein Kangama ist das? Warum hat es Blitze am Rücken? Nein, es ist eine Wolke hinter ihm. Oh, dieses... Dieses Vulcano, ey. Ich brauche aber noch so viele Karten. Ich dachte, ich habe das Spiel gleich durch. Bring. So, und jetzt kann ich, glaube ich, wieder in den Challenge-Dome. Kann ich nicht... Ich glaube, ich habe jetzt alle Top 4 befreit. Muss nichts heißen. Was war ich hier drin? Ja. Und jetzt ist hier Fighting Fortress. Und jetzt gucke ich kurz meine verpassbaren Trophäen. Die nächste wäre... Die nächste wäre... Claim Pikachu bei der Second Challenge Hall. Vor der Psychic Coin. Defeat Ronald in GR Castle. Okay. Ja, ich habe bald keine verpassbaren Trophäen mehr. Kann sein, dass ich jetzt schon hier challengen kann vielleicht? Nope. Bin ich inzwischen da rüber? Nee. Weil hier ist auch ein Ishihara-Haus. Hallo, Fabi. Fabi. Aber Ishihara ist, glaube ich, hier nicht mehr. Ich muss wirklich warten, bis ich bei GR zu Ishihara kann. Kein Ishihara. Aber vielleicht Challenge? Hello. You're lucky. Okay. I am lucky. Welches Deck nehme ich? Was ist denn mein Lieblingsdeck? Ich mag eigentlich alle. Ich mag echt alle. Alle haben so viel Potenzial. Hm. Das ist es nicht. Jetzt werde ich auf jeden Fall verlieren, weil jetzt kann ich mich nicht drauf vorbereiten. Nicht wirklich. Deswegen speichern wir. Nehme ich mal Fighting. OG. Ich darf nicht verlieren, deswegen wir speichern die ganze Zeit. Und dann, wenn ich verliere, muss ich neu laden. Ist ein bisschen doof, aber sonst verpasse ich die. David. Was hast du für Pokémon? Was hast du für Pokémon? Er hat nur eins. Also zwei. Was seid ihr am Rumbonken, hm? Schon wieder, habt ihr schon wieder einen Hänger? Das ist eure Schallplatte am... Ich glaube, Vollgott ist da immer der Anstifter, ne? Vollgott hat da so einen Drang, das zu machen. Erklär mir, warum. Was? Ich bin weak? Okay, das macht Sinn. Okay, ich habe ein Problem. Aber du bist nicht weak. Genau das falsche Deck. Der hat einfach nur Pflanzen, Mons. Not enough energy. Oh, ich brauche drei. Krass. Peace out. Nein, Vollgott. Du hast es heute schon mal geschafft. Kriegst nicht genug? Call for Family. So nervig ist. Ganze Team einfach voller Nidorans. Die alle potenziell viel Schaden machen können. Komm, zieh zurück. Ich kenne doch die AI. Komm, zieh zurück. Erstmal wieder 30 Schaden machen. Du brauchst mehr Bonk. Ich meine, ich habe einen Knopf. Da kann ich draufdrücken und dann erscheint ein Bonk. Kann er mich danach wieder killen, ey? Oh, ich kann mich heilen. Komm, überlebe. 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 Zahl, 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 Zahl. Yes. Nice. Okay. Leicht übertrieben. Aha. Biest. Biest. Biest did it. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst 30 Millionen Euro. Hätte Vollgott das doch nur früher gemacht. Äh, Submission, glaube ich, tut mir selber weh. Ah, 50 reicht ja. Ich habe keinen Schaden. First Try. Nope. Okay, okay. Ich habe heute wirklich jeden Kampf First Try gewonnen. Selbst die, wo ich komplett unterlegen war. Wie der jetzt hier. Weil ich so viel Glück habe. Ungeskriptetes Glück. Ich meine, ich karate chop mich durch die kleinen Nidorans. Was sind Nidorans eigentlich? Sind das Weasel? Eigentlich sind das Saurier, ne? So kleine Babysaurier. Pirchi. Pirchi. Dankeschön. Ein Lord Pappnase Viewer. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen. Wir spielen Pokémon TCG den zweiten Teil. Den es nie gab. Außerhalb von Japan. Aber wir haben es geschafft. Ich habe es sogar inzwischen rausgefunden durch ein Kommentar auf YouTube, dass es sogar eine deutsche Übersetzung von dem Spiel gibt. Also wer hier zurückschreckt wegen Englisch, das gibt es auch auf Deutsch. Den zweiten Teil. Muss man noch einen anderen Patch anwenden. Ich chop mich hier durch. Du hast auch keine Chance. Wenn ich Pappnase auf dich aufmerksam bekomme, dann hat ja die Soulink wenigstens einen Zweck gehabt. Außer Spaß natürlich, den wir hatten. Bis er sich dazu entschied, einfach mal ohne Pokémon in eine Arena reinzurennen. Aber ich bin da überhaupt nicht nachtragend oder so. Problem ist meistens, dass man schauen muss, ob die Achievements damit passen. Eben, deswegen, selbst wenn ich das mit dem Deutsch gewusst hätte, hätte ich das nicht machen können, weil die Achievements meistens halt für die englische Version gemacht werden. Was ja auch ein bisschen verständlich ist, es sind halt komplett andere Codes, die in dem Spiel drin sind. Und deswegen muss man dann aktiv das nochmal komplett neu programmieren für Deutsch oder Europäisch. Und es ist verständlich, dass das Fans, die sowieso was Besseres zu tun haben, das natürlich nicht machen. Wenn das jetzt offiziell Nintendo wäre, dann würde ich mich beschweren, natürlich. Oh, jetzt ist das Psyche. Jetzt habe ich erst recht wieder. Wobei, dann muss ich halt jetzt meine Boden-Pokémon nehmen und nicht meine Kampf-Pokémon. Oh, da meine Normal-Pokémon. Da ist der Vorteil, da ist der Vorteil. Was habt ihr Schönes gemacht, Pirchi? Was treibst du so in deinen Streams? Gothic. Nein. Ist die Soulling schon vorbei? Ja. Musst du mir das letzte Video anschauen. Da siehst du, wie sie geendet ist. Kläglich. Kläglich geendet. Hyper-Thang. No. Dieses Mewtwo ist so abnormal, weil es mit drei Energiekarten 50 Schaden macht. Dann habe ich da nur 20. Das darf nicht so weit kommen. Okay. Heute Gothic 3 und am Freitag 14.30 Uhr geht es mit Skull Island Rise of Kong weiter. Moment. Skull Island Rise of Kong? Ist auch ein Film. Wie, es gibt ein Spiel dazu? Ey, machen die früher... Früher, ne? Haben die noch Spiele gemacht, zu filmen, um den Film zu promoten? Und es waren schreckliche Spiele. So was wie das Matrix-Spiel, wobei ich glaube, das war sogar gar nicht so schlecht. Oder das Avatar-Spiel. Heute werden Spiele zu Filmen gemacht, die tatsächlich gut sind. Nein? Das ist kein Film. Früher. Ich sage ja, heute sind diese Spiele manchmal, die zu Filmen gemacht werden, sogar recht gut. Mad Max hat ein Spiel bekommen, was sogar ziemlich erfolgreich war. Moment, was macht Hyper Fang? Moment mal, ich dachte, das hat keinen Effekt. Flip a coin. If Tails does attack, does nothing. Ja, aber so haben wir doch nicht... Ja, so haben wir doch keinen Deal gehabt. Radikal. Warum soll ich denn eine Wünze werfen für 50 Schaden? Das ist doch... Das Ding macht 50 Schaden einfach so, wenn's Bock hat, Mewtwo. Wir können jetzt nicht warten. Okay, eine 20 kann man sich eh machen. Das kann mich jetzt... Nee, das kann mich nicht umbringen, weil ich... Hehehe. ...ne Resistenz habe. Ja, da ist die kranke Attacke. Wenn du jetzt Überzahn machst und es nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Ich habe keinen Ibitak. Haben wir jetzt ein Problem, Radikal? Dann haben wir jetzt ein Problem. Wenn das nicht Kopf ist, dann... Ich meine, du lebst noch eine Runde. Du hast noch eine zweite Chance. Aber in der Zeit bereitet sie einfach drei andere Mewtos vor. Nein, das ist ihr einziges Pokémon. Oh mein Gott. Macht doch jetzt einfach... Kopf! Nein! Mann, ich hätte sie besiegt. Ich bin so blöd. Hätte ich einfach zweimal die normale Attacke gemacht, wäre das Mewtwo jetzt auch tot. Oh Mann! Vorausschauend fahren, ne? Vorausschauend Karten spielen. So ein Dreck. Muss ich halt zweimal mit meinem... Rattata. Meiner Wing Attack angreifen. Aber in der Zeit hat sie jetzt ein neues Pokémon auf der Bank, ich sag's dir. Jetzt holt sie irgendein... Kadabra, Simsala. Letztes Mal habe ich doch gegen die gekämpft, da hatte sie dann Simsala. Da, zack, bumm, Abra auf der Bank. Die Harry Potter Games von EA waren auch übel. Äh, ich habe damals nur den allerersten Teil gespielt und ich weiß auch, dass das ikonisch war. Ich meine, wir waren halt Kinder und deswegen war uns egal, wie schlecht ein Spiel ist. Aber es war... Ich habe da super gute Erinnerungen, wie geil es war, einfach Harry Potter auf dem PC zu spielen. Guck mal, Rattata, du kriegst ganz viel XP, weil du ein Level 54 Mewtwo umgebracht hast. Und jetzt ist hier ein Abra. Oh, jetzt ist da noch was. Ah, du hast deine... Dummes Radikal. Radikal. Ich habe noch eins. Das Bessere. Ah, habe ich kein Radikal mehr. Habe ich hier kein Radikal ins Team. Ja, scheiße. Dann Graveler. Dankeschön, PRG. Dankeschön. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, der Ringgeschlacht im Mittelerde war so geil. Das ist das MMO, ne? Früher, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Gehen wir ab. Simsalah? Es ruft einfach Simsalah? Und Simsalah, weiß ich noch, hat eine Attacke, das tauscht die KP-Anzahl. Also wenn ich dem jetzt 70 Schaden gebe, dann kann er einfach eine Attacke machen, sodass ich 70 Schaden habe und er nimmt meinen Schaden. Was 2 wäre, was 2 wäre, die ist so verrückt. Aber wir haben Gust of Wind und wir haben Graveler. Warte, zeig mir mal dieses Simsalah. Trans Damage, genau. Aber es kann auch so 30 Schaden machen. Krass, wenn ich ein Psycho-Pokémon wäre, würde es sogar 60 Schaden machen. Wir machen das jetzt super-duper. Wir machen das jetzt richtig geil. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich kann 40 Schaden machen, aber dann macht er sofort seine Trans-Fähigkeit. Ist das egal, wenn ich einfach... Auf jeden Fall, wenn er switcht, dann kriegt er 20 Schaden. Und ich gebe ihm jetzt 20 Schaden. Aber er kann mir keinen Schaden machen gerade. Zumindest das Echtzeit-Strategie-Spiel. Ich dachte, Schlacht und Mittelerde war das MMO. Wie heißt dann das MMO? Es gab ein Echtzeit-Strategie-Spiel von Herr der Ringe. Jetzt tauscht er wahrscheinlich gleich. Aber das Geile ist, wenn er tauscht, hat er keine Energie mehr. Aber trotzdem noch 20 Schaden. Wenn er tauscht. Die bereitet halt auch alle anderen Pokémon krass vor gerade. Ich könnte auch... Also wenn sie mich jetzt noch machen lässt, dann kann ich einfach tauschen und 40 Schaden machen. Wahrscheinlich tauscht sie jetzt den Schaden. Oder sie denkt voraus und weiß, ah, Biss kann mich nicht umbringen. Deswegen lasse ich noch einen Biss mehr machen und tauscht dann. Ja. Sie macht's. Sie ist dumm. Ja. Das heißt, ich retreate. Und mein Graveler macht 40 Schaden und Simsala ist gone. Weil dieses Simsala kann einfach nicht angreifen. Außer ich wäre ein Psycho-Pokémon. Dann wäre es richtig schlimm. Hallo, 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 Rattata ist tot. Oh mein Gott, das wäre so traurig, wenn das die letzte gewesen wäre. Aber das ist dein letztes. Und dein letztes ist jetzt hinfort. Lidlidli. Hm, 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 hm. Okay. Noch ein Kampf. Dann habe ich die, ich glaube, seltene Pikachu-Karte. Bad Luck. Okay, das ist ein Wissenschaftler. Das heißt, der hat Gift. Und gegen Gift sollte ich definitiv kein das nehmen, was ich gerade habe. Und keine Psycho. Also nehme ich Feuer. Weil manche von den Gift-Pokémon haben eine Feuerschwäche, wie diese Sachen. Es ist allein nett, dass man Feuer wechseln darf. Und dadurch speichern darf. Wenn das weg wäre, wäre das so ein Pain. Weil dann müsste man drei hintereinander einfach besiegen. Mit einem super guten Deck. Ratata, ratata, ratata. Ratata. Salz. T결拳. Britannic Doch nicht Schanera. Komm jetzt, super Zahnradikal. Aber ich habe anscheinend keins in diesem Deck. Weil in dem Deck habe ich vielleicht eins. Oh Gott, diese Schanera sind so ultra mies. Die stecken so viel weg. Der benutzt der Schanera wieder nur, um sein Team zu bauen. Aber ich habe jetzt einen Galoppa. Das tatsächlich 30 Schaden machen kann. Easy. Er bereitet dieses Eckens vor. Das heißt, ich retreete jetzt. Hole sein Coffing raus. Und hoffe, dass das nicht passiert. Aber der wird eh nicht angreifen können mit dem Smogon. Und er wird es auch nicht zurückziehen können. Er hat einen Creepy Slimer geholt. Unter den Rock Schau Slimer. Bäh, 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 bäh. Come on. Oh Gott. Uno. Er holt Eckens, weil er Schaden machen kann. Vorsicht. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Bitte. Nein. Mein Galoppa. Ich muss was Neues machen. Das ist so schnell weg jetzt. Kacke, Mann. Mein Gift. Oh, Alter. Dreimal hintereinander. Das heißt, ich bin jetzt tot. Oh, der greift nicht an. Aber warum sollte er? Oh, er heilt sich auch noch. Ja, ne. Warum nicht? Ein Redhahn bringt mich um. Ich trete da drauf. Die kleine Nudel. Einfach Gift. Gift macht 20 Schaden. Oh. Oh. Oh, Texo. Nein. Alter. Alter. Ich bin tot. Glomanda ist auch direkt tot. Das liegt nicht daran, dass ich eine Schwäche oder so habe. Das sind einfach miese, 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 miese Pokémon. Und ich habe keine Energie. Switch it out. Ich will wenigstens Schaden machen. Ah, bin jetzt auch tot. Der Wechsel war nicht so sinnvoll. Aber wenigstens ist meine Vergiftung auf dem anderen jetzt weg. Auf Glomanda. Ah. Ich will Energie. Boah. Drei Energien bräuchte Affe. Hallo, Amarok. Grüß dich. Hallo. Creepy Slimer. Killt mich jetzt instant. Poison Gas. Ja. Cool. Ich habe nichts. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe keine Energie. Gar nichts. vorher. Wir haben die Lubatt. Achstungen. Ja. Oh, ja. Ich kann nicht. das kann mich trotzdem vergiften oder kann es nicht es darf nicht angreifen kann mich nicht angreifen bereiten wir wieder Rapidash vor nice was hat es mit dem gebongten Ditto auf sich die Leute sind einfach komisch du bist nicht so komisch Amarok oder du bist nicht so komisch in meinem Stream wenn du dieses Emote machst in den Chat gibt es eine Chance von 1 zu 20 dass dieses Emote auch im Chat also in mein Bild erscheint und alle denken dass dadurch haben sie irgendwas ich weiß nicht genau was sie dadurch haben aber es kann passieren vielleicht ist das deren Horoskop einmal am Tag dass dann der Tag gut wird oh 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 Mh, 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 mh. Mh. Mh, mh, 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 mh. Come on. Ist egal. Rapidash regelt jetzt. Poison Mist ist abnormal. Kopf. Und mein Pokémon wird einfach vergiftet und nimmt 20 Schaden pro Runde. Anstatt 10. 20. Das ist so brutal. Okay. 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 Done. Energy Retrieval. Wir machen Growlithe weg. Wir nehmen uns zwei Feuer. Wir machen das Feuer auf Rapidash. Switchen out. Kale und dieses elendige Creepy Slimer sind nicht geschützt natürlich. Ich kann es noch schaffen. Er muss noch drei Karten. Wie auch immer. Wie habe ich mehr als er? Ich habe das Gefühl, ich bin so am Losen. Nice. what? Warte. Hoi. gewesen hinways likely. Bye. Soonера. Come on. K fosse. Nice few andi. Wäre schön zu sehen, dass du dasselbe Problem mit dem Gen-4-Randomizer hast wie wir. Das war schön zu sehen. Warum? Was ist bei euch passiert? Du meinst mit dem Programm, dass ich es dauernd so komisch eingestellt habe und dass es abgestützt ist und sowas? Drachenhut hat diverse Runs schon beendet bei uns. Also das erste Drachenhut verzeihe ich ja noch, das zweite Drachenhut war ein bisschen gemein. Ne, beide waren mies. Aber hey, ich finde es ja noch nicht mal super unfair, ich finde es eher lustig und man kann ja, wenn man das Pech hat auf eins zu stoßen, das Drachenhut kann, kann man ja was dagegen machen. Also es ist ja nicht komplett, es ist ja eigentlich kein komplett Wipe, wenn man ruhig bleibt und überlegt. Sheet. Wie du bist vergiftet? Was? Woher? Warum ist das Ding vergiftet? Slash gewonnen. Aber extra deswegen eine Regel eingeführt, weil das so häufig passiert ist. Irgendjemand hat auch geschrieben, Pascal glaube ich, da ist das Radikal. Ähm, die Regel ist, erst wenn ein Pokémon zweimal Drachenhut wegsteckt, also über 80 KP hat, lässt man Drachenhut gelten. Aber ist halt blöd, was machst du dann? Sagst du dann einfach, der Kampf ist ungültig, wir tun so, als ob es nicht passiert ist? Oder zählst du nur den Drachenhutkampf dann? Zählst du nur die Male, wo Drachenhut eingesetzt wurde? Also es wird halt dann so wischiwaschi. Ich wünsch, man könnte, vielleicht kann man das auch im Randomizer einstellen, dass Drachenhut einfach nicht existiert. Auf der anderen Seite, es geht ja. Aber es ist halt nervig, weil in Gen 4 existiert das glaube ich auch echt oft so, diese Pokémon. Allein, dass Kaumann hat, dass auch 7 lernen kann, ist ein bisschen unfair. Äh, Challenge geschafft. Versteckte Trophäe erhalten. Promotional Card acquired. Weiter geht's mit der Story. Ist jetzt hier was, weil ich die Top 4 befreit hab? Tatsächlich. Hier, äh, einer fehlt noch. Ja, da fehlt noch. Kann ich euch gegen kämpfen? Ich kann gegen die kämpfen, aber zählt es dann schon für die Meisterschaft so? Machen wir mal noch nicht. Leider nein, Gamebreaking Moves bezieht sich nur auf Randomized Movesets. Ja. Aber es ist ja nicht Gamebreaking, es ist nur ein bisschen hart. Okay, nächste Arena. Neu. Neu. Was ist die nächste? Fighting. Muss ich mir jetzt ein Psychodeck bauen? Weil die verbieten mir eh wieder Psyche zu benutzen oder so. Kampf gegen Kampf finde ich ist doch fair. Feier gegen Kampf? Nee, 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 nee. Reicht Wasser, weil manchmal nehmen die dann... Wasser ist eigentlich nie gut gegen Kampf. Das ist meistens wenn dann Pflanze oder Psyche. Wasser ist nur geht gegen Feuer. Ich nehme mal Kampf. Ich mag Kampf. So you've come. Ein Brutus. Hey, das ist der aus Gen 1, Brutus. Und Gen 2, Brutus. Froni. Good day, I'm Tony. Raze. Die sind alle viel zu freundlich. Die sollten erstmal mit einer Glocke mich begrüßen und sagen. Verpiss dich. Was ist hier im Keller? Welche Wette? Irgendwo sind so... Oh, warte mal, dass eine Truhe wird. Open the chest. So nicht so, als ob das besonders wäre, Spiel, was? Kann ich die... Was? Random? Hä? Okay, warte, das will ich jetzt ausprobieren. Ja, 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 ja. Okay, es ist einfach ein Troll. Es ist einfach ein Troll. Es ist nicht einfach nur random eine Karte, die existiert. Es ist einfach ein Troll. Okay. Ich wette, hier gibt es Abgründe und dann... Achso. Ah ja, okay. Ich wette, hier gibt es einfach Abgründe. Genau. Hätte ich mal ein Rätsel. Wie man das Rätsel nennen kann. Oh, ein komplettes Boosterpack. Das im Weltall schwebende Dictory. Nix Neues. Ultraschall macht 20 Schadenspunkte, aber der Low-Level trotzdem sehr heftig. Aber gibt es ein Pokémon, das Ultraschall kann? Magnetilo. Dark Dragonair, nice. Kloister. Die habe ich aber alle. Das ist Knofenster, glaube ich, noch neu. Ich glaube nicht, dass ich da weiter kann. Okay. Doch. Denkerkappe aufsetzen. Wir sind hier lang. Wir sind da lang. Unten war die Truhe. Rechts war die Truhe. Oben ist runterfallen. Was? Hä? Aber dann... Was? Ah ne, hier oben dann. Achso. Das wird jetzt nervig, wenn ich runterfalle. Oh, ich habe es geschafft. Okay. Tony. Ich meine, was ist... Was ist... No Energy Removal or Super Energy Removal Card so laut. Habe ich echt eine Karte? Zufällig, die da drin ist? Energy Removal. Okay, okay. Ich muss näher an mein Mikrofon rangehen. Let's go, let's go. Du hast einen sehr lüsternden Blick drauf. So einen gewaltigen, muskulösen Glatzkopf. Boxroh. Ich bräuchte einen Kleinstein, bitte. Zwei Georocks. Dieses Georocks war so asoziell. Was war das nochmal? Das ist, glaube ich, eine Karte, die ich noch nicht habe. Stone Barrage. Genau, ich glaube, der kann 60 Schaden machen damit. Ach ja, du wirfst so lange, bis du Zahl hast. Das heißt, du könntest genau genommen und endlich viel Schaden machen, so lange, bis du halt Zahl würfelst. So mies. Wir hatten Glück. Der kann einfach alles damit umbringen. Ich hatte schon lange kein Riehhorn mehr. Ich brauche einen Kleinstein. Was hat Geowatz mit Walzer? Was ist das für eine Geowatz-Karte? Wie funktioniert Walzer hier? Macht jetzt 30, 40 oder macht die 40, 80? Wahrscheinlich 40, 80. Lass mich lesen. Er hat nur diese Pokémon. Discard up to five Energy Cards attached to Golem. For each Energy Card is charted. Choose one of your opponent's Pokémon and do 20 damage to it. Wat? Die klingt aber kacke. Die Attacke klingt kacke. Witz. Okay. Ich habe keine Gute in Pokémon. Aber ich habe Dicta, das 30 Schaden macht. Auch wenn es sofort tot ist. Okay. Wollen wir noch ein bisschen? Bis wir es umbringen können mit einer Dicta-Attacke. Was ist dieses Geowatz? Man kann Midfight evolven? Ja. Das ist schon immer so. Das Kartenspiel. Kartenspiel-Regeln haben nichts mit echten Regeln zu tun. Ich bin ein Stein-Pokémon und kann Habitak keinen Schaden machen. Als Stein-Pokémon kann ich beim TCG einem Habitak keinen Schaden machen. Erklär mir diese Regel. Ah, fuck. Er hat Lickitung eingesetzt. Hm? Also ich habe keine. Okay. Noch eine und dann Dicta und dann kommt Lickitung. Ich hätte gleich Dicta gezogen. Das heißt, das Habitak hätte ich einsetzen sollen. Der könnte mir keinen Schaden machen. Ah, Mann. Das Habitak muss ich eigentlich nehmen. Aber ich kann hier Habitak. Ah, okay. Das ist geil. Okay. Aber jetzt zuerst Retreat auf... Ich brauche drei Energiekarten, um zu retreaten. Das ist unfassbar. Oh nix. Drei Karten. Oh Mann, ist das nervig. Ich muss mich jetzt umbringen lassen. Sobald ich meinen Onix nicht zurückrufen kann. Ich meine, ich könnte auch Harden machen. Solange ich kann. Gnome Onix zu retten. Machen wir das mal. Aber er kann jetzt inzwischen die krasse Attacke. Aber dafür muss er, glaube ich, einiges opfern. Mann, ich hatte... Es wäre so schnell gegangen. Ich will nur eine... Eine Kampfkarte. 100. Rock Blast. Ist okay. Dann kommt jetzt mein Habitak. Das einem Geowatz... vollen Schaden macht. Während das Geowatz mir... 30 weniger Schaden macht. Spring Attack. Geowatz, dood. Ich hoffe, jetzt ist das Lickitung jetzt ein Problem. Hangrap. Ugh. Wie viel Schaden macht das? 20. 10 bloß? Okay. Pickeli. Hm. Jetzt kann ich aber endlich Energies retrieven. Das werden die wohl nicht in ein neues Game einreinpacken, dass die Monsters sich mit Fight entwickeln können werden. Wäre zu wild. Ja, natürlich nicht. Das ist doch einfach nur eine TCG-Regel. Wann sollst du denn sonst ein Pokémon entwickeln? Nur wenn es auf der Bank liegt? Das wäre ja schrecklich. Das geht ja gar nicht. Oh. Das wäre ja schrecklich. Das wäre ja schrecklich. Eine Sache darf ich noch machen. Tschüss, viel Spaß. Rehorn ist jetzt aber auch ready. Soll ich opfern? Oder soll ich rehorn? Wenn ich retreate, muss ich, glaube ich, die Doppel-Energie abgeben. Es ist immer ein... Du kannst sie nicht trennen, weil es eine Karte ist. Gibt es eigentlich eine normale Normal-Energie? Oder gibt es nur Doppel-Normal? Also ich glaube, du kannst durch diese Heal-Energie-Karten eine setzen. Leard-Bonk ausgemacht? Nö, ihr habt es noch nicht drauf. Ich glaube, ich retreate. Gehe Rehorn. Achso, ich bin Sinkhole-Check. Was? Es gibt Sinkhole? Wer hat dieses Sinkhole hier gemacht? Nein, 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 nein. Und... Dann könnte ich das Pokémon wechseln. Also ich meine den Gegner. Ich glaube, Likitang hat sogar eine Weakness. Eben. Das ist so weg jetzt. Nicht weg, weg, aber weg. Das ist fast weg. Not good enough. Ihr seid not good enough. M-m-m-m-m. Nachdem? road, der ist fast weg. Eben. Die Schreie. Die Schreie. Die Schreie. Eine Schreie. Die Schreie. Die Schreie. Die Schreie. Die Schreie. Ich kann ein einziges Kleinschein ziehen die ganze Zeit. Sogar Gleichstand noch, weil er mal in eines Habitag umgebracht hat, wegen Sinkhole. Wahrscheinlich dieses Dicktrick an Sinkhole. Problem, Problem, Problem. Ein dickes Problem Pokémon. Habe ich einen Rizaros hier? Ich weiß nicht, ob ich einen Rizaros will. Rhydon. Ram 50. Aber die Horn Attack hat er immer noch. Es gibt keinen Nachteil, dieses Rizaros jetzt zu nehmen. Sinkhole. Knockdown 20 plus. Warum hat der mich gerade so krass fertig gemacht? Mit was? Okay. Kann ich Gast machen? Okay. Dann mach ich halt Gast auf das andere, damit es mich in Ruhe lässt. Komm. Wir haben was gewonnen, außer der macht nochmal so eine krasse Attacke, was auch immer das war. Oh Gott. Defender. Na toll. Aber wenn ich Ram mache. Was ist denn das? Wer hat denn das 20 damage to itself? If your opponent has any Bench Pokémon. Ah, ich tausche das Pokémon aus. Okay. Aber Defend macht 20 minus, oder? Wie kann ich das checken? Wo sehe ich dieses Defend? Defend. Was macht Defend? Ist das nicht hier mit dabei? Nein. Ich glaube es macht minus 20. Ja. Okay. Got him. Tony. Muss aber zurück in dieses krasse Labyrinth. Das sind Truhen. Okay. So einen, so einen, so einen Pack hat ich noch nie. Ditto. Das ist meine erste Ditto Karte. Wir haben fast 300 Karten. Thank you Leo, you saved me. So, das ist glaube ich der Top 4 Kampftyp. Was ist mit euch los? Ihr kriegt es nicht hin. Ich hätte nach vorhin einfach aufhören sollen, jetzt kickt die Sucht. Warum? Warum seid ihr so suchterfüllte Menschen? Soll ich dir die Entscheidung abnehmen? Schönes Timeout. Dann gibt es gar keine Sucht mehr. Okay, ich muss jetzt hier durchgehen. Eben, ihr könnt einfach mir Geld geben. Come on, come on. Wo? Ach doch, hier. Vier von sieben. Oh, ich glaube ich muss alle Truhen finden für eine Trophäe. Sehr gut. Vielleicht gibt es noch drei. Hier ist bestimmt falsch. Nein? Ah, okay. Gemein, dass es nicht bleibt. Es ist echt nicht so leicht. Hier lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich schon gegangen bin. Ich glaube, da bin ich nach links. Jupp. Bin, 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 bin. Bin, bin, bin. Bin, 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 bin. Ich habe doch keine Ahnung. Boah. Das, das ist schwer. Ich müsste es mir aufzeichnen, dass ich check, wo ich lang... Also hier brauche ich überall nicht lang gehen. Nach oben. Und hier links bin ich lang gegangen. Und bin zum Ziel. Hier. Genau. Und dann zurück. Hier. Hoch bin ich. Und runter ist nix. Okay. Ich muss dann trotzdem, glaube ich, noch einmal den Weg checken. In die andere Richtung. Hier war die Truhe. Hier. Die Truhe dann weg. Ein bisschen gemein. Oh. Okay. Aber dann... Ja, da muss ich wahrscheinlich von unten hin. Boah, ist das gemein. Ich versuche nur einen Weg gerade abzugehen und zu verstehen, ob ich da schon überall war. Die Truhen entfernen sich? Das kann doch nicht sein. Weil hier stand doch eine Truhe. Stand die hier? Ah, hier stand sie. Okay, unten brauche ich nicht weitergehen. Links brauche ich auch nicht weitergehen. Okay, runter brauche ich auch nicht weitergehen. Ich glaube, ich habe alles. Hier einmal muss ich noch gucken. Wenn man hier runter geht. Ich bin, glaube ich, links und dann bin ich runtergefallen. Aber runter bin ich nicht gegangen. Ich weiß es nicht. Okay. Oh. Oh. Oh, ich habe eine gefunden. Noch zwei. Wahrscheinlich gibt es mehrere Wege. Noch ein Dark Gengar. Links muss eine Falle sein. Oha. Das heißt, es gibt zwei Eingänge. Ich dachte, ich bin gerade auf der linken Seite. Aber das ist ein großes Labyrinth mit zwei Eingängen. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Wir schüren mal die ganze Sache hier. Okay. Wäre es besser oder schlimmer, wenn ich euch im Chat als Antwort immer geben würde, wie viel... wie nah ihr an der 20 dran wart? Schau, Angel regt sich schon auf. Soll ich... Soll ich das unterbinden? Das wäre besser? Nein. Weil ihr dann bei 19 sagen würdet... Niemals werde ich euch das sagen, wie nah ihr dran wart. Oha, mach mal. Ich switch gleich um, dass jeder, der Bonk macht, für 10 Minuten ein Timeout kriegt. Oder ihr versprecht mir, dass wenn ein Bonk kommt, dass ihr dann aufgebt. Soll es so? Only fighting. Deal. Okay. Oh, wer hätte das gedacht? Mariko! Mariko, du hast es geschafft! Jetzt dürft ihr es nicht mehr machen. Rigged? Beweis es. Nichts kannst du beweisen. Das ist hier ein dummes Habitat, dem ich nicht wehtun kann. Dein Ernst? Der war zu spät für meins. Was? Nein. Der kam genau, als du es gemacht hast. Der ist zu spät, weil ihr ein Delay von 30 Sekunden habt. Deswegen sage ich euch doch immer, wer es war, weil ihr es gar nicht sehen könnt, wer es von euch war. Ich verbiete euch nicht den Bonk, nur anscheinend seid ihr des Bonks nicht würdig, wenn ihr es nicht hinkriegt, dass einer erscheint. Also ihr gerade habt ihr es hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist 1,6 Sekunden Delay. Was sagt dir Twitch? Glaubst du nicht Twitch? Wir können es testen. Schreib was und ich lese es in dem Moment vor, wenn ich sehe und dann kannst du zählen. Du schreibst und zählst so lange, bis du mich hörst, wie ich es vorlese. Das war, ich bin noch nicht bereit, jetzt bin ich bereit. Schreib was. 3,5 Sekunden. Maximal 3 Sekunden. Ja, schau, in 3 Sekunden, wenn ihr alle, schau, ich sage ja, 30 Sekunden. Aufgerundet. Es addiert sich, ja. Habt ihr gesehen eigentlich, dass es ein, es gibt Ranma 1,5 jetzt auf Netflix, aber neu? Die haben Ranma 1,5 einfach geremaked. Das sieht voll gut aus. Muss ich mal anschauen. Honey Mew. Honey Mew. Hallo, danke schön. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo Mewtwo. Hallo Honey Mew. Hallo. Ich meine, so wie du und deine Zuschauer heißen, heißt das, ihr habt was mit Pokémon zu tun. Kennt ihr dieses wunderschöne Spiel hier? Dankeschön. Dio. Hallo. Hallo Creeper. Hallo No Joke. No Joke. Hallo Wollmausi. Hallo Mewtwo. Hallo Rocksoul. Rocksoul. Hallo Kjandere. Kjandere. Habediere. Hallo, hallo. Hallo Pimmel Ork. Bester, bester Name. Hallo, hallo. Wie geht's? Hallo von der Pokémon Go Community. Also, ich bin kein großer Pokémon Go Fan. Es tut mir leid. Ich spiele es trotzdem jeden Tag, weil ich süchtig bin. So wie wir alle. So wie ihr alle wahrscheinlich. Aber ich muss eine Sache gestehen. Eine Sache zugeben. Der neue Trailer für Giga Dynamax ist epic. Ich habe Gansort bekommen, als dieses Kingler aus dem Wasser gestiegen ist. So ein geiler Trailer. Dieser geile Trailer. Also, Pokémon Go verdient gar nicht so einen geilen Trailer, um ehrlich zu sein. Aber, oh mein Gott, wie geil war dieser Trailer. Und dann, als dieser alte Kerl kommt und seine Cappy aufsetzt und sowas, dachte ich mir, ja, das bin ich. Das bin ich. Der alte Sack, der immer noch ein Kinderspiel spielt auf dem Handy. Das bin ich. Der Trailer war echt gut, oder? Mega Trailer. Ja, vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich Willkommen. Wir spielen TCG 2. Das gab es damals nur in Japan. Aber inzwischen gibt es da natürlich Fan-Translations. Und ich spiele das nicht nur einfach so, sondern wir machen Reto-Achievements. Das heißt, all diese Achievements, die ich da unten habe, will ich holen. Was dann wahrscheinlich so ungefähr bedeutet, dass ich das Spiel zu 100% durchgespielt habe. Aber es ist relativ einfach. Ich habe so gut wie nie Probleme bei Kämpfen. Am Anfang war es noch schwieriger. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was sie mich hier holen. Ich glaube, ich hole mir ein Digitri. Der Trailer war echt ein Movie. Also sie machen allgemein immer so Movies draus. Aber der war auch noch einfach gut gemacht. Wie die Pokémon integriert waren und so. Echt gut. Aber Drecksfeature sind Dorfspieler wieder im Nachteil. Deswegen sage ich ja, ich bin kein großer Pokémon-Go-Fan. Weil wenn die Sachen einführen, dann ist es nie durchdacht. Es ist wirklich unfassbar dumm. Ich ärgere mich so. Also allein so. So, ich habe überhaupt keine Chance. Ich bin noch nicht mal auf dem Land. Und ich habe keine Chance mit einem Giga. Nicht mit einem Giga. Aber mit einem Dünaglurak. Was echt fast perfekte Stats hat. Ich habe keine Chance, Legios zu besiegen. Vielleicht hast du eine Chance, Legios zu besiegen mit drei Gluraks auf Dynar. Okay. Vielleicht hast du eine Chance, wenn die Arena voll ist. Was sie halt nicht ist. Weil selbst hier, was nicht wirklich auf dem Land ist, ist einfach eine Arena nicht voll besetzt. Sodass du nicht diesen Vierer-Boost hast. Und du hast einfach keine Chance. Ich habe keine Chance, den zu besiegen. Außer ich grinde 30 Wochen durch, dass ich drei perfekte Gluraks habe. Wo soll ich denn die ganzen Candys hernehmen? Und dann kommt noch hinzu. Sorry, jetzt seid ihr alle Pokémon-Go-Fans. Und ich reg mich auf. Aber ihr wahrscheinlich, wie jeder Pokémon-Fan, ihr regt euch alle über Pokémon auf. Und dann sagen sie auch noch, hey yo, du sollst zehnmal Punkte sammeln für eine Herausforderung, für eine Quest. Und dann kannst du das noch nicht mal machen, ohne absichtlich Punkte herzugeben, was du nicht mal machen kannst. Weil wenn du nur zu einer Arena hingehst, dann sammelst du nur die Punkte ein, wenn du nicht gegen das Viech kämpfst. Aber wenn du nicht gegen das Viech kämpfst, hast du zu viele Punkte. Also kannst du keine Punkte aufsammeln. Also muss ich gegen das Viech kämpfen, um Punkte zu verlieren, weil mein Kontingent voll ist. Aber wenn ich Punkte verliere, muss ich gegen das Ding kämpfen, wodurch ich die Punkte nicht kriege, die in dieser Arena sind. Was ist das? Das ist doch ein Bug. Das kann doch nicht ernst sein. Ich glaube, naja. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen nie Pokémon Go im Stream. Das mache ich nur privat. Aber wir spielen dafür vor allem alte Pokémon-Spiele. Da, wo die Zeiten noch gut waren. In den guten alten Zeiten. Ich weiß nicht, wie ich gegen den gewinnen soll. Ich tausche ihn jetzt aus. Ich habe keinen Bock mehr. Komm, wir holen uns Onyx. Dann bin ich der als Hardcore-Spieler wohl unsympathisch, der immer alles hat. Äh. Nö, du. Ich verstehe ja, warum man Pokémon Go spielt. Vor allem, wenn du es professionell machst. Dann kannst du auch noch Geld ausgeben. Und dann macht es mir so viel Bock, wenn du die ganze Zeit Sachen hast und sowas. Legios geht definitiv alleine mit einem Glurak. Alleine mit Glurak? Nur mit einem Glurak? Und niemandem sonst in der Arena? Wie? Mein Glurak hat keine Chance. Mit nur... Ey, Moment. Ich rede nicht von Glurak. Mit Metacross natürlich. Ich muss das machen. Ich denke mal, dass Legios Stahl ist. Aber Metacross. Mein fast perfektes Metacross hat keine Chance gegen Legios. Ähm. Ne, aber auch. Aber wenn du Hardcore-Spieler bist, dann hast du auch die ganze Zeit Goldminzen. Ich hab nie Goldminzen. Wenn ich Goldminzen will, dann muss ich sie mir kaufen. Weil, äh, ich... Die Arenen und sowas, also, wenn du halt nur so casual spielst wie ich, du kriegst... Und dann sagen Leute so, ja, du musst doch nur auf dem Arbeitsweg hin, dich in fünf Arenen setzen, auf dem Arbeitsweg zurück dich in fünf Arenen setzen und schon verdienst du die ganze Zeit 100 Goldminzen. Ich bin nur so, erstens, welcher Arbeitsweg? Zweitens, welche Arenen auf dem Arbeitsweg? Und so viel Gold ist das auch nicht. Also, ich versteh nicht, wie Leute da so viel Goldminzen sich die ganze Zeit for free holen. Respekt. Ich, ich krieg das nicht hin. Deswegen hate ich immer auf Pokémon Go. Aber ich spiel's ja selber die ganze Zeit. Aber halt super casual. Ich bin allein nicht mal ne... Ich hab allein nicht mal ne Chance, einen einfachen Raid zu schaffen, weil ich das hier nicht mal gescheit spielen kann. Ist halt leider irgendwie für die Städte ausgelegt. Als ich in Japan war, in Tokio, da hat's auch richtig Bock gemacht. Weil du, du, du stehst einfach an einem Raid und da stehen ohne Schmand 30 Leute. Die stehen nicht, die sitzen auf Bänken, gebrandet mit Pokémon. Überall Sticker, überall Leute mit Flyern und Codes. Und das war noch nicht mal bei einem Pokémon Center, sondern einfach random an einem fetten Spot, wo vier Arenen standen. Da sind da extra so Bänke aufgestellt, damit die Pokémon Go Spieler sich hinsetzen können und so. Das ist insane da. Und nach dem Mindset, nach der Location, machen sie natürlich die App. Aber ja. Da hat's richtig Bock gemacht. Weil du halt ne Chance hattest. Geht aber auch mit Glurak. Flug sofort. Attacke, okay, dann muss ich meinen Glurak umrüsten. Das verstehe ich. Wenn das so einen Flug hat, okay. So, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich verreck hier nämlich. Ich kann immer noch nicht die Attacke machen, also mach ich noch eine hier. Und dann... Und dann kann ich nicht retreaten. Aber ich kann mich schützen. Biest? Wir hatten einen Deal. Hör auf zu bonken. Wir hatten einen Deal, Biest. Ich muss jetzt hier mal hart durchgreifen. Es tut mir leid. Wir hatten einen Deal, Leute. Es tut mir leid, dass ihr mich jetzt so sehen müsst. Aber wir hatten einen Deal. Der Deal war, dass Aufgerdwitz zu bonken dafür, dass ihr einen Bonk gekriegt habt. Sogar Faulgott hält sich dran. Und der ist süchtig nach Bonks. Weißt du was? Und zur Feier des Tages, weil du gebonkt wurdest, bonk ich jetzt nochmal. Der Bonk ist ein Ehren von Biest, der jetzt 600 Sekunden bonkfrei sein muss. Echt, ey. Geil, paralysiert. Kann man paralysiert sich zurückziehen? Mann, ey. Es ist unfassbar, wie man manchmal so feststeckt in einem Kampf und nichts machen kann. Ah, ah. Ich könnte das Vieh zurückziehen. Aber auf was? Aber auf was? Oh je. Oh nix. Ist lange durchgehalten. Free Beast? Hallo, hallo, hallo. Ist das hier ein Aufstand? Und? Dann wirst du jetzt gerammt. Also richtig. Nicht gerammt. Gehornattakt. Jetzt holt er Dark Fearow und ich bin sowas von wieder unfähig anzugreifen. Hashtag Free Beast. Hashtag kann falsch verstanden werden. Wegen Mr. Beast. Ich glaube, der ist free genug. Warum machst du 40 Schaden gegen ein Stein-Pokémon? Es geht so quer in meinem Kopf. Okay, gib mir mal ganz viel Fighting, bitte. Wobei ich ja zuerst Potion machen soll. Potion, Fighting, Fighting. Kann ich dich jetzt irgendwie... Du bist jetzt wieder minus 30 einfach und ich kann dich rammen und mach dir 20 Schaden. Aber dafür wechselt sich das Pokémon aus. Aber ich mach auch 20 Schaden. Äh. Aber ich kann dich auch weggasten. Wir gasten dich mal weg. Und wenn ich das hole, ist auch ein Problem. Skyther? Äh. Dark Meshouk kann Skyther... Oh fuck. Ich dachte, ich kann mir vielleicht kurz den Skyther anschauen. Nein, es sei mir nicht gestattet. Was machst du? Noch nichts. Sword Stance? Angst? Mach mir Angst. Ähm. Gott, ich bin echt... hilflos. Aber wenn ich hier ram mache, nehme ich so viel Schaden. 30, 30. Aber ich muss einmal ram machen, um es zu besiegen. Machen wir einmal 30. Hoffen, dass sich lohnt. Was? Das resistet auch. Du bist ein Käfer, Mann. Oh, du bist ein Käfer. Ich glaube, ich denke da doch nicht dran, dass ein Käfer einfach gegen Stein... Boah. Ich muss mit einem Kampfdeck kämpfen. Das ist die Bedingung von einem Kampf. Ich muss mit einem Kampfdeck gegen Pokémon kämpfen, die alle gegen Kampf resisten. Und das zählt als Gras-Pokémon. Oh Gott, deswegen doppelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Chance. Ich habe keine Chance. Krank. Krank. Ich habe keine Chance. Earthquake, 70. Noch, ich meine MrBeast hat genug Drama die ganze Zeit. Und ich mag ihn persönlich auch nicht. Also die Videos und so. Ich kenne den nicht, natürlich. So, ich mache jetzt komplett... Ich gehe jetzt... Oh mein Gott. Das bringt doch alles nichts. Was tue ich hier? Ich will nur noch verlieren. Ich habe dem Deal nicht zugestimmt. Beast Boy. So viele Beasts überall. Achso, du bist der Alternate... Warum bist du nicht IP-Timeoutet, man? Warum kannst du überhaupt schreiben mit einem anderen Account? Ich habe dem Deal nicht zugestimmt. Da gibt es nichts zum Zustimmen. Ein Deal existiert. Seit wann muss man Deals zustimmen? Der Deal wird ausgesprochen und dann existiert er. Äh, ich kann nicht, ich kann nicht bitte nochmal. Aber ich muss... Ich weiß gerade nicht... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich will einfach nur besiegt werden. Einen Moment. Okay. Ähm... Ich muss einfach nochmal. Aber ich könnte mein Deck halt auch voll machen mit Normal-Pokémon. Dann habe ich wenig... Aber eigentlich ist mein Deck voll mit Normal-Pokémon. Mal gucken. Ja, schaut, zwei Rattata. Okay, nehmen wir zwei Rattata. Rattata. Dann noch eine Raticate. Aber ich habe auch Firo. Cat Punch. Was macht Cat Punch? Okay. Ditto. Bin ich denn echt die andere Karte? Remove all damage counters from Ditto for the rest of the game. Replace Ditto with a copy of a basic Pokémon-Card. Ach krass. Also ich... Ich tausche einfach das Ditto mit einer Karte aus, die ich habe. Wer ist da? Wer ist da? Henriette, Henriette, Henriette. Vielen Dank. Vielen Dank, Henriette. Dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ein Moment. Irgendwas will ich noch... Wollen wir noch einen Rattata? Okay. Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Digi-Sack. Henriette, dankeschön für dein Tier 2. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Biest hat sich selbst gefreed. Hallo, das ist Cheaten. Du ehrst nicht den Deal. Warum will ich Bill einsetzen? Warum ist Onyx so schwer zu retreaten? Weil es einfach so langsam ist. Ich glaube, das ist der Grund. Ein Ritter hat auch ein Spirit. Und dieses Spirit heute ist ein, du kennst es natürlich, es ist sehr beliebt. Jeder mag es. Es ist, ich kenne natürlich den Namen, aber ich überlasse es euch. Es ist ein wundervolles Pflanzen-Pokémon. Ein Starter, Teenager. Und natürlich, ich weiß es, aber... Chalkarain, gut. Du hast es aus meinem Kopf rausgelesen, natürlich. Wir bereiten Rattata vor. Hast du? Was hast du für eine Schwäche? Okay, ich kann dich sogar bekämpfen. Die Teenager sind nie... Also es sind immer Namen, auf die man einfach nicht kommt. Weil es einfach Teenager-Pokémon sind, die relativ lame sind. Meistens sogar relativ hässlich. So wie Teenager halt hässlich sind, gell? Pubertäts-Mons. Wer braucht sie? Ah. Pflanzen-Pokémon sind toll. Hallo, hallo. Du musst bei Boden bleiben. Du magst Sander. Boden-Pokémon sind toll. Ich habe hier ein Boden-Team-Pack-Deck-Set. Ready, go. Horn-Attack! Beast Boy subscribed. Okay, neue Taktik. Wir timeouten jeden, sodass ihr mit euren alternativen Accounts hier schreiben müsst und dann subben wollt. Das will bestimmt jeder. Nicht nur du, Beast Boy. Vielen Dank für deinen allerersten Sub hier. Wer bist du überhaupt? First Chatter. Dankeschön für deinen Sub. Tiny, du bist ein Auto. Baby-Auto. Knattox. Jetzt ist da schon wieder ein komisches Ibi-Tag. Was machen wir denn jetzt damit? Jetzt müssen wir unser Ratata vorbereiten. Und ich leere jetzt einfach. Und fahle. Mann. Ich habe, wie viel? Ich glaube, ich habe drei Radikals. Irgendein, irgendein muss kommen. Halt. Was ist denn mit deinem Mikro passiert? Es hat sich entwickelt. Es hat sich gehäutet. Fünf Jahre sind vergangen und nach fünf Jahren entwickelt sich das Blue Bird zu einem SM-DB-7. SM-7-DB. Das ist ganz normal in der Welt der Mikrofone. Das hat dann auch so Musik gemacht. Aber du warst nicht da, als es passiert ist. Oh. Blue Bird wird zu X. Wird. Wollte aber gerade sagen, SM-7-DB geht auch immer. Ja, ich wollte eigentlich, ich war immer auf meinen Blue Bird stolz, weil es anders aussieht. Weil es nicht jeder hat, weil es besonders aussieht. Aber es sieht halt auch so besonders aus, dass es super ungelenk ist. Es hat auch einen Wackler, deswegen habe ich es jetzt ausgetauscht. Aber ich hätte mir ja das gleiche nochmal holen können oder das reparieren lassen können. Oder selber versuchen zu reparieren, aber ein Mikro reparieren, ich weiß nicht. Deswegen habe ich es einfach ersetzt jetzt mit dem, was jeder natürlich hat. Aber ja, ehrlich gesagt, ich vermisse, ich meine, das ist der erste Stream damit, aber ich vermisse die Besonderheit. Und ich bin noch nicht so ganz dran gewöhnt. Ich habe das Gefühl die ganze Zeit, ihr hört mich nicht richtig. Aber eigentlich ist alles super. Also es ist, ja, der Ausschlag sieht super aus. Sexy Ausschlag, alles gut. Ach, Blue wird zu X-Blue. Aber es ist Blue und nicht Blue Bird. Das macht keinen Sinn. Klingt technisch wahrscheinlich sehr ähnlich. Ton ist gut. Ja, also ich glaube, also jemand hat vorhin schon gesagt, es klingt flacher. Ich würde sagen, es klingt eher trockener. Weil das Blue Bird ist ein Gesangsmikrofon, während das natürlich ein Podcast-Mikrofon ist. Und somit ist das natürlich mehr ausgelegt auf klare Stimme. Während das andere vielleicht mehr Hall hat und dadurch mehr nach Gesang. Ich weiß es nicht. Äh, was passiert? Fighting. Aber im Endeffekt, ich glaube... Wenn es jetzt nicht super anders aussehen würde, würde es keiner bemerken. Ratata, Miaus. Ei, ei, ei. Was machen wir denn da? Das greift Random an. Das finde ich echt ganz lustig. Das greift Random mit 20 Pokémon an. Unser Stronk. Ich habe so viel Zeug. Was ist das für eine... Das ist ein... Das ist ein Dark Macho Mai, was der hat. Gott. Was sie hat. Was soll ich denn da... Oh Gott. Okay, das macht einfach 60 Schaden. Fuck. Ah, und keines meiner Monster ist vorbereitet auf das. Dann musst du mal singen damit, wie die sagen können, ob es anders klingt. Genau, weil ich davor immer so viel gesungen habe. Außerdem singe ich die ganze Zeit zu der Musik. Die brechende Kammer der Toten erbebt, wenn zwölfmal der Hammer die Mitternacht hebt. Fett. Endlich. Eins. Oh, da ist sogar... Oh, jetzt ist mein Mauzi tot und ich ziehe es nur, Billy Cut. Ja, und dann holen wir wieder einen Ibitak, ne? Und ich kann nicht zurückziehen. Gott. Okay, das ist jetzt der erste Kampf heute. Aber seit langem... Der richtig anstrengend ist. Da ist mein Radikal. Super Fang. Na dann. Muss ich drei wegnehmen, um Rihorn zurückzuziehen. Aber was soll ich sonst tun? Warten, dass ich einen Gust of Wind oder einen Switch bekomme? Dann kannst du nicht 70 Leben haben, Ibitak. Das M in Leo steht immerhin für musikalisch. Hallo, ich war auf dem musischen Gymnasium, ja. Ich bin voll krass. Mega Punch 30? Schade. Schade. Ich glaube, du kannst 20 Schaden machen. Ach, ne, aber du kannst Harden. Okay. Was kann dieses dunkle Macho Mai noch? Mega Punch? Oh, das killt mich nicht. Okay, okay. Ich habe ihm erst eine Karte abgezogen. Das ist so krank. Dark Fero ist so gut wie tot. Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt holt er wieder Ibitak und ich habe keine Chance. Oh, Gust of Wind. Er holt einfach sein Dark Macho Mai wieder. Baumschule. Das ist so krank. Ein musikalisches Gymnasium. Also, das ist kein musikalisches Gymnasium. Ein musisches Gymnasium. Wo der Hauptaugenmerk auf Kunstfächer liegt. Wie Kunst und Musik. Menno. Menno. Ich schaffe das damit. Ich schaffe das mit. Ich finde eigentlich ganz nice. Das ist mega nice. Ich würde jedem empfehlen, schickt eure Kinder auf ein musikalisches Gymnasium anstatt auf irgendwelche andere Sachen. Kreativität ist super wichtig in der Ausbildung und sorgt auch dafür, dass Leute weniger aggressiv sind, was unsere Schule auch sehr widergespiegelt hat, weil natürlich gab es Mobbing und sowas, aber im Vergleich zu anderen Storys aus anderen Schulen war bei uns einfach Mobbing nicht existent ungefähr im Vergleich. Natürlich gab es das, aber ich glaube, so ein kreativer Output macht Leute um einiges friedlicher. Teufel, du bist ein Espinodon. Und kreative Fächer sind geschenkt einfach. Musik und Kunst sind keine schweren Fächer. Selbst wenn man nicht kreativ ist. Aber wenn du einen Fokus auf Mathe hast oder Sprachen, der Fokus, der das, glaube ich, intensiver macht, sorgt nicht dafür, dass du die Sachen danach besser kannst. Du bist eher so, was für scheiß Mathe lerne ich da. Werde ich nie in meinem Leben brauchen. Aber Kunst ist einfach ein geiler Ausgleich in seinem scheiß Schulleben oder so. Ähm, bam, bam, bam. Konzentration. Konzentration. Einmal, einmal wieder zu Schule. Ich würde so gern in die Schule zurück mit dem Wissen, was man jetzt hat. Wobei, sobald es ansatzweise Mittelstufe wahrscheinlich schon oder, nee, sagen wir Oberstufe geht, wäre ich so raus natürlich. So wie jeder wahrscheinlich, weil alles wieder vergessen. Oder nie gewusst, sagen wir es so. Also mit dem Wissen in der Unterstufe, Mittelstufe. Snow Party. Snow Gechillt. Was ist das für ein Game? Pokémon Trading Card. Zwei. The Invasion of Team. Great. Scheiße. Aha. Sagst du jetzt. Bulimie lernen? Du meinst, du lernst es und kotzt es sofort wieder raus? Ist das Bulimie lernen? Habe ich noch nie gehört. Und vergisst es sofort wieder? Ja, schrecklich, ne? Aber deswegen meine ich ja, ich will in die Klassen zurück. Das ist alles, wo alles Zeug ist, was jetzt quasi leicht ist oder leicht wieder kurz auffrischen oder sowas. Sodass du nur Einser schreibst und es einfach voll die Befriedigung ist, nur Einser zu schreiben. Das denken sich aber alle. Meine Mom ist Lehrerin und die lebt den Shit. Ja. Respekt an Lehrer. Das muss so anstrengend sein. Aber ich habe letztens am Wochenende den, äh, einen Klassiker angeschaut, den ich vorher noch nie gesehen habe. Immer anschauen wollte. Der Club der Toten Dichter. Und was für ein guter Film. Was für ein guter Film. Natürlich traurig ohne Ende. Trauriger Film. Aber was für ein guter Film. Death Poet Society. Death Poet Society. Death. Braucht sie schon wieder ein Macho, Mai. Deutsch mit den ganzen verschiedenen Satzarten und Fällen bitte nicht nochmal. Ja, aber das hast du ja in 5 Minuten dich dran erinnert. Das ist ja nicht schwer gewesen. Das war nur schwer damals, weil du selber ein kleines Baby bist, was nix wusste. Klar wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie Satzbau und was das Adjektiv und wie man die ganze Scheiße nennt. Aber das hast du in 5 Minuten wieder drin. Ja, ja, ja. Mathe und so tut auch nichts zur persönlichen Entwicklung zu. Nicht so wie bei Kunstmusik etc. Ja. Man sagt ja, man lernt all diese harte Scheiße da, weil du dadurch lernst zu denken. Und ich würde auch sagen, so wie Jay, dass sowas wie Mathe bringt dir halt bei zu denken. Logisch zu denken. Und logisches Denken ist schon etwas, was dich zu einem Menschen macht. Also ich glaube, also natürlich irgendwann ist halt dieses Level erreicht, wo du nicht mehr das rechtfertigen kannst, finde ich. Bei Mathe zum Beispiel. Wo du einfach Sachen lernst, wo du wirklich sagst, Alter. Ich, ich, okay. Bis zur 10. Klasse, okay. Okay, krasses Zeug und so. Ich verstehe, ich muss das alles lernen. Und das bringt mich, bringt mir bei, logisch zu denken und räumlich zu denken und sowas. Wichtig fürs Leben. Aber E-Funktion. Seien wir ehrlich. Ich, ich glaube nicht. Ne. Jetzt kann ich wieder nix machen hier. Außer das Paralysieren. Jupp. Er augt erst mal. Jupp. Ja, was interessiert mich an Akkusativ? Ich habe eine Powerbank. Ich merke schon, du denkst ja euch da drüber nach. Ne, so ein Spruch kommt nicht aus dem Nichts heraus. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Und da steht's. Gott. Lief's doch. Diesmal bin ich, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt hier. Hm, 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 hm. Kann ich dieses, das kann ich zurückziehen. Soll ich es jetzt zurückziehen? Ne, ich brauche noch eine, um das zu killen. Was will ich überhaupt? Verdammt, äh, was habe ich denn überhaupt? Habe ich denn nicht einen Geodude? Einen Georock holen? Was habe ich denn? Ich habe Mauzi zu Znobeligat gemacht. Ich habe Rettanz zu Radfratz, äh, Radfratz zu Radikal gemacht. Ich glaube, ich habe einen Kleinstein. Ich habe einen Kleinstein, ja, okay. Ich brauche eine Energie. Ich war bisher eher so stiller Zuschauer auf YouTube, aber hier ist es auch ganz okay. Ganz nett. Dankeschön. Gestern haben wir den kompletten Game Freak Leak sind wir durchgegangen. Heute zeuge ich ein bisschen das und ich werde diese Spiele halt komplett durchspielen. Danach, aber ich will auch mal wieder, ich muss eigentlich Geratina und Regidrago weitersuchen. Okay, Retreat, Urgen, und Pounce. Endlich. Jetzt kommt er mit seinem Maschok, was schon komplett vorbereitet ist und mich einfach jetzt One-Hitted. Drag-Off. Was ist das? Warum ist Radikal hier? Und Drag-Off heißt einfach, dass ein anderes Pokémon gerufen wird und dann angegriffen wird? What? Mach ich jetzt Superfang und dadurch ihm 30 Schaden, um dann tot zu sein? Oh, mein schönes Radikal. Oder wie treat ich? Mach wieder Snobili-Cut. Was? 30? Warte mal, aber die Snobili-Cut-Attacke. Was ist das nochmal? If the defending Pokémon attacks person during your opponent's next turn, damage is reduced by 10. Aber mit Weakness. Das heißt, es macht 40, es macht... Wie viel macht's? Es hat sogar ein Macho Mai. Das heißt, es kann 60 Schaden machen, macht aber dann 50. Oder es macht 40 Schaden, macht aber dann 30. 50. Ich will mein Radikal nicht verlieren. Das heißt, wir sollten die nächste Attacke überleben. Entweder 50 Schaden oder 40 Schaden. Oder er ruft wegen diesem komischen Drag-Off wieder mein Radikal. Stimmt. Eigentlich hätte ich Radikal lassen müssen, damit er was anderes ruft. Oh mein Gott. So eine seltsame Attacke. Drag-Off. Wenigstens ist das jetzt weg. Jetzt kommt fettes Macho Mai wahrscheinlich. Endlich kann ich wieder schreiben. War echt einsam unter den Chat. Jaja. Jaja. Ganz allein saß du da. Die Tastatur nicht ansatzweise berührt. Ja, jetzt hätte ich gern mein Radikal. Fling? Persian and all cards attached were returned to the deck. Selbst mein Snowbeelie-Cut ist weg. Aber es ist nicht tot. Interesting. Aber oh man. Wie gemein. Dann bereiten wir mal ein Graveler vor. Was für ein harter Kampf irgendwie. Aber ich wüsste auch nicht, was ich ändern soll. Weil ich kann keine Psycho-Pokémon nehmen. Ich muss Kampf-Pokémon nehmen. Ich könnte noch mehr Normal-Pokémon nehmen. Aber die machen mich ja fertig. Das ist ja das Problem. Der flinkt mich einfach weg und ich verschwinde. Was ist denn da die Taktik? Der nimmt mich einfach und schmeißt mich weg. Was passiert, wenn ich kein Pokémon mehr habe? Dann kann er mich nicht flingen wahrscheinlich. Weil das wäre ja super unfair. Er flinkt einfach alle Pokémon weg, bis ich nichts mehr habe. Unfassbar. So, paralysier. Jawohl. Geh nicht tief ins Wasser. Da tief. Was ist da der Wortwitz? Was? Geh nicht tief ins Wasser. Da tief. Da auch. Da tief. Das ist ja so dumm wie Weilmeer. Aber ja, der Blitz kam ja auch von dir. Weilmeer. Ich würde jetzt so weit machen, dass mein Gehrock es one-shotten kann. Was jetzt schon geht. Ich kann Onyx nicht zurückziehen, weil Onyx drei Energien braucht, um zurückgezogen zu werden. Oh. Onyx. Ah ne, das Onyx braucht nur zwei. Das sind geile Macho-Mai-Karte. Pass auf, der macht jetzt wieder Fling und ich fliege einfach weg. Mega Punch. Mega Heap. Realisiert. Okay. Schade. Dann muss mein Trainer kämpfen, genau. So. Bitte. Wir können das noch schaffen. Moment, ich hab's geschafft. Das ist die letzte Karte. Ah ne, er hat die letzte Karte. Oh nein. Ich hab jetzt die letzte Karte. Komm, du kannst mich nicht killen. Oh mein Gott, jetzt kommt ein dummes Onyx. Was 20 Schaden macht. Aber das ist okay. Ich mach 40 Schaden. Ich brauch nur zwei Runden. Man weiß nie. Man weiß nie. Man weiß nie. Man weiß nie. Alles entwickeln. Alles entwickeln. Alles entwickeln. Alles entwickeln. Jetzt tausche nicht aus oder sowas. Nimm jetzt nicht Habitag. Bitte bleib da. Bitte bleib da. Okay, er bleibt da. Er hat nicht Habitag genommen. Wenn er jetzt Habitag genommen hätte, hätte ich das Habitag nicht töten können. Wieder. Aber er bleibt hier. Ah, er hat seinen Schaden verloren. Wo ist der Schaden hin? Ich hab nicht aufgepasst. Jetzt bringt er mich um. Wo ist der Schaden hin? Hat er ein anderes Onyx gerufen? Oh, es war so knapp. Ich war so knapp, Mann. Hä? Wann hat er denn die 40 Schaden verloren? Oh. Hm. Boah, ist der Kampf mies. Noch einmal. Mann, ist der Kampf mies. Es ist sogar noch nicht mal ein Endkampf. Was muss ich denn da für ein Deck haben? Ich brauche ein Deck, das Nose-Kampf besteht. Kampfenergien. Und keine Kampfschwäche hat. Aber auch keine Kampf-Pokémon hat, weil er die ganze Zeit Normal-Pokémon einsetzt. Die, also Vogel-Pokémon. Hm. Und Onyx, es kann echt nervig sein. Aber Onyx ist halt auch angenehm, weil du dann super viel vorbereiten kannst, weil es so lange braucht, drauf zu gehen. Aber du kannst es halt auch nicht einwechseln. Auswechseln. Ja, hol dir erst mal ein Macho Mai. Okay, genau. Direkt einfach. Wie viel Pokémon-Trader hat der? Wie die Revolution ist. Wie viel이즈furt. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Bei manchen Artwerks von den Karten muss man entweder sehr genau hinschauen oder viel Fantasie haben. Also hier kann ich noch... Ich versuche die ganze Zeit zu erkennen, was ich da falsch sehe. Aber es sieht einfach aus wie ein Onyx, das traurig nach oben guckt und einen sehr verzerrten Mund hat. Aber vielleicht sehe ich das auch irgendwie nur falsch, aber ich sehe es nicht anders. Ja, die haben halt versucht, die echten Karten nachzubauen mit nur sehr wenig Pixeln zur Verfügung. Aber wenn man dieses detaillierte Onyx da unten macht, meins, wie kann man dann ein so abgefucktes Onyx wieder oben hinkriegen? So fühlt sich das obere Onyx her wie dieses Pikachu-Emote, ja. Aber es ist das Stärkere. Es kann 20 Schaden machen. Es macht es noch nicht. Es paradisiert mich lieber. Soll ich jetzt mal einen Snobili-Cut behalten? In der Hoffnung, dass ich ihn Mauzi ziehe? Oh, er hat wieder Ibitak. Ich glaube, es ist so gescriptet. Komm, ich mache Professor Oak. Ich brauche irgendwie was wie Switch oder so. Da ist ein Mauzi. Pokémon Trader. Zweimal Gust of Wind. Bringt mir noch nichts grad. Das mache ich lieber, wenn er Ibitak einsetzt und ich wieder nix tun kann. Oh, ich glaube, ich habe keine Energie eingesetzt. Hm. Oh, da holen wir uns einen Macho Mai aus dem Deck. Genau, mit der Giovanni-Karte. Und weg bin ich. Aber dafür kann ich jetzt mein Rehorn holen. Kann 30 Schaden machen. Kann dann, wenn er Ibitak holt, es sofort weg machen. Hoffe, dass ich ein Radikal kriege für Ibitak dann. Was ich mir ehrlich gesagt auch holen kann, wenn ich ein Pokémon opfere. Ich schätze mal, er holt jetzt Macho Mai und macht mich fertig. Killt mich einfach. Tatsächlich habe ich jetzt einen Snowbilly-Kart gezogen. Aber nein, er nimmt Ibitak. Weil ich dagegen nichts tun kann. Das heißt, entweder ich mache Oh ja, ich mache Gust of Wind und hole Onyx, weil er das wieder nicht eintauschen kann. Weil es so unglaublich viele Energien braucht zum Eintauschen. Zwei Stück. Und kann dann gechillt dieses Onyx hier umbringen. Ich habe noch einen Gust of Wind. Sturmsog. Das paralysiert mich nicht zum Glück. Wir bereiten ein Snowbilly-Kart vor für Ibitak. Nice. Ok, jetzt setzt er wieder Ibitak ein, dagegen kann ich nichts machen. Aber ich will auch nicht mein Rihorn weg, ach er setzt Macholo ein, was sofort zu Macho gehört. Mach Schock. Ich habe ein geiles Onix gezogen, dass wir Eintauschen gegen ein Radikal, das ich doch habe, ja hier. Und ich weiß nicht wie viel Schaden du machst, wahrscheinlich viel zu viel. Knock Back, ach das ist wieder diese Attacke wo es was anderes ruft, das heißt er kann jetzt einfach mein Radikal rufen und dem einfach 40 Schaden machen, weil er Drag Off macht. Aber noch kann er Drag Off nicht einsetzen, aber wahrscheinlich gleich. Wahrscheinlich setzt er Drag Off ein und killt direkt mein Radfratz, das wäre sofort tot. Ok, er setzt, gibt seinem Maschok keine Energie. Ich kann meinen Rihorn zu Rizeros machen. Gebe meinem Radikal 3, damit er Superzahn machen kann. Äh Superzahn. Und kille dieses Maschok. Inzwischen kenne ich meine Karten. Wenn ich irgendwann gezwungen bin Dark Rocket Karten einzusetzen, habe ich wieder keine Ahnung, weil die sind so krass verspult. Aber cool. So, jetzt ist hier ein dummes Habitag. Jetzt bräuchte ich so einen Switch, aber ich kann auch Gust of Wind wieder machen. Das heißt ich hole jetzt echt Macho Mai raus. Wenn ich Ram mache, mache ich mir selber 20 Schaden. Das Problem ist nur, wenn ich Ram mache, dann wird sein Pokémon ausgewechselt danach. Also hier Ram ist weg. Aber ich kann doch jetzt nicht... Dieses Macho Mai killt mich doch. Das ist doch so stark wahrscheinlich. Fling. Ja Fling haut mich einfach weg. Aber es kann doch nicht Fling machen. Aber es kann Mega Punch machen. Was 30 ist. Da kann ich noch Ram einfach was Bock macht. Scheiß drauf. Ich weiß nicht, was ich sonst taktisch machen soll. Jetzt ist es Habitag. Das kann wenigstens nicht so viel Schaden machen. Aber er wechselt es mit Ibitag ein. Was er erst recht nicht angreifen kann. Hä? Ich kann jetzt aber nochmal Ram machen. Dann mache ich aber nur 20 Schaden. Retreat Kosten sind 3. So, ich habe gar keinen Switch. Ray macht nur 20 Schaden und mir auch 20 Schaden. Das heißt, ich retreate. Opfere 3 Karten. Gehe auf Persian. Mach Persian Pounds. Was mich ein bisschen schützt danach. Pounds, Pounds, Pounds. Er setzt Habitag ein. Warum auch immer. Weil es mir Schaden machen kann. Ich Pounds wieder. Wechsel es jetzt ja nicht ein. Hör auf rum zu wechseln. Oh mein Gott, er hat es eingewechselt. Und jetzt kann er Mega Punch machen und killt mich, weil ich eine Kampfschwäche habe. Wie hat er rum wechselt, ey. Die wechselt so viel rum. All seine Pokémon sind so gut wie tot. Okay, Radikal. Ich mache jetzt einfach eine Attacke. Eine Starke. Machst du jetzt einfach einen Biss? Dark, Machamp, tot. Und ich habe gewonnen. Oh mein Gott. Endlich. Ja, sei nicht so traurig. Du hast so oft gewonnen. Nerviger Kampf. Aber auch cool. Da wird man echt gezwungen zu überlegen. Was für ein cooles Zapdos. Das kenne ich gar nicht. Dieses Stami. Ah ne, das Enteron. Das zum Beispiel. Dieses Enteron erkennt man gar nicht. Aber es schießt einen sehr starken Strahl. Cooles Nobilikat. Kannst ruhig sagen, dass du dich freust. Aber sag nicht, was du gesehen hast über Legends Z.A. Ein okayes, aussehendes Diktri. Okay, ich will irgendwie noch. Muss ich aber nicht mehr kämpfen dafür. Alter, ich brauche noch zwei Truhen hier. Ich schätze mal, dass ich hier. Jo. Moment, aber dann gehe ich einmal da rein. Okay, okay. Achso. Okay. Ich weiß nicht, ob du das gestern im Stream besprochen hast, aber ich werde nichts weiter dazu sagen. Okay. Aber wenn es das ist, was wir gestern besprochen haben, das ist relativ langweilig. Das ist vollkommen logisch. Alter. Wo? Also hier ist es vorbei. Da ist es vorbei. Und da war auch vorbei, wenn man hier war ich ja überall vorhin. Da sind ja noch zwei drungen. Da muss ich von oben runter. Es ist schwer sich zu merken. Genau genommen kann man glaube ich sich orientieren anhand diesen ganzen Bruchstellen. Nein, das war das. Hm. Hier links. Schau den Stream einfach auf YouTube nach. Relativ am Anfang rede ich über den kleinen Leak über Legends. Aber es sind ständig neue Sachen. Es kann sein, dass schon wieder was Neues ist, was ich nicht kenne. Ja, hier war das. Hier ist glaube ich neu jetzt. Oha. Das ist wie so diese Merkspiele. Wie heißt das? Das ist wie so. Das ist wie so. Äh, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ja, und hier? So komme ich nicht rum. Ah, vielleicht von da oben und dann rüber? Okay. Ich glaub, das ging nicht. Die hab ich doch schon mal gesehen, die Truhe. Und man muss von oben runter. Das war das Gleiche. Genau, hier ist es nämlich sofort. Also ich muss von oben runter. Oh, wie? Oh Gott. Oh, wieder hellen. Das, ja, hier. Oh, das war die letzte sogar. Das heißt, die eine zählt. Gott sei Dank. Sweet. Sweet. Trophy, Trophy, Trophy. Sollen wir jetzt den noch machen? Dann nehme ich jetzt wieder das Unveränderte, mein ursprüngliches Deck. Äh, das. 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 Nein. Yes. Was hat der für Bedingungen? Even if a foe has a minus 30 to fighting attacks, they hit at full force. Okay, also Kampfresistenz gibt's nicht. Das ist okay. Ich hab nur Kampf. Siehst du jetzt genauso aus wie Brutus aus Gen 1? Und ein junger Brutus. Ist vielleicht der junge Brutus. Ich glaub, Brutus... Ich glaub, Brutus in Gen 1... Ist Brutus in Gen 1 Teil von Team Rocket? Nach der Manga-Lore? Nee, glaub nicht. Nur Sabrina und Koga und Dingens Major Bob. Die dunkle Geschichte, die dunkle Vergangenheit von Brutus. Okay, also vielleicht nicht unbedingt... ...Rassistenz-Mons, also Schwäche Normal-Mons nehmen. Oh, hat der... ...ein Sichlor. ...ein bisschen doof. Die sind sehr doof. Hat der keine Energie weggenommen? Boah. Macht keinen Schaden, ne? Doch? Was war das dann vorhin? Warum hab ich... Ach, das war... War das ein anderes Sichlor? Ich hab doch vorhin Kampf gemacht... ...und Sichlor keinen Schaden gegeben. Hm. Habe ich mal Schock? Ich hab keinen Maschock? Was? Was? Was hab ich denn hier für ein Deck gebraucht? Warum hab ich keinen Maschock? Okay, äh... Kann ich das rückgängig machen? Nö. Dann nehm ich... ...Radikal? Ich hab doch die ganze Zeit mit einem normalen Radikal gekämpft. Hä? Was ist aus diesem Deck geworden? Ich glaube, ich habe das Deck, glaube ich, vorhin verändert. Okay, warum? Schade. Aschock in Preise. Alles im Reiskarten. Okay. Was? Äh... Help Money. Alles im Preiskarten. Verstehe ich immer noch nicht, was du damit sagen willst. Achso, das könnte sein, dass das in meinen Preiskarten ist. Die können alle in den Preiskarten sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hab vorhin auch irgendwas komisches geändert an meinen Decks. Bin jetzt wieder zurück geändert. Vielleicht... ...durcheinander gekommen. Ich bin durcheinander gekommen. Komm schon. Yes. Da ist ein Maschok, du hattest vollkommen recht. Da ist ein Maschok, was ich gesucht habe. Ja gut, aber süßes Dragosso. Da ist ein Maschok, du hattest vollkommen recht. Da ist ein Maschok, du hattest vollkommen recht. Gott, aber mein Radikal, was ich gerade vorbereite, das wird nicht lang überleben. Ich habe nichts. Nein. Was ist das für eine Animation gewesen? Oh Gott. Ach, er hat ausgewechselt bei mir. Oh, ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich spiele CJ auch auf Regionalen und fühle dich. Danke, aber wenn du da Ahnung drin hast, musst du dir denken, was mache ich da für einen Quatsch. Ich hab nicht so viel Ahnung, aber es gibt so ein paar Decks, die ich gern bauen würde, die ich im Internet nachgelesen hab, die halt allgemein sackengut sind und unzerstörbar sind, aber ich hab die Karten dafür noch nicht. Hier, es gibt ja irgendwie so ein Vierzapdos-Deck oder so ein Lamos-Deck Keine Ahnung, aber ich kann die noch nicht bauen. Ich komm ganz zurecht, nur langsam werden die Kämpfe echt gemein, weil sie so wie der Kampf zum Beispiel, ich kann einfach ich kann keine Resistenz haben gegen Kampf was ich nicht mal habe in meinem Team Also ein Psycho-Deck wäre noch nicht mal besonders gut hier Wenn du das Tutorial-Spams am Anfang bekommst und endlich Booster In Teil 2 auch? Kann sein Aber mir fehlen auch ziemlich krasse Karten die, glaub ich, nicht am Anfang in den Boostern drin sein können Aber weiß ich nicht Aber ich komm mir bis jetzt ganz gut zurecht nur der letzte Kampf war ziemlich hart Und hier bin ich grad unvorbereitet rein Vielleicht muss ich doch ein Psycho-Deck einfach nehmen Die normalen die machen mich halt hier fertig, ey Oh ja, ist verwirrt, geil Razav hat sich selbst verwirrt, sehr, echt Das Tutorial gibt's auch in Teil 2 Jaja, ich weiß Aber vielleicht gibt das einem ja nicht unendlich viel Booster, sondern nur einmal Nice 50 Verwirrt, Schaden Wow Wer macht mich jetzt auch fertig? Soll ich Harden machen? Aber Ich kann nix wirklich Ich überlebe sogar Jetzt wird ein anderes gerufen, weil ich nicht zurückrufen kann Dieses Onix Oh Shit Ich brauch drei Energien, um Onix zurückzurufen Der killt jetzt Pokémon auf meiner Bank, weil er seine komische Attacke macht Vielleicht überlebe ich eine Runde Ich brauch noch vier Karten von ihm, ne, ich hab keine Chance Okay, aber außer er wechselt mich so ein War das jetzt auch nicht unbedingt geil Weil jetzt kommt der Gegner und macht mich wahrscheinlich blöd Außer er hat keins mehr Das wär krass Aber er hat natürlich noch ein Knogger Was voll ausgestattet ist Und kill Der ist hart Knogger ist hart Ich kannte Knogger bisher noch nicht im Spiel Ja, aber dafür muss ich mir ein anderes Deck bauen Vor allem muss ich die ganzen Normal-Pokémon raushauen Die bringen hier natürlich gar nichts Weil der hat wirklich nur Kampf-Pokémon Und sichlo Und sichlo Aber ja Das war's für heute Ich bin hungrig Gehen wir jetzt was zu essen machen Und dann vielleicht Spielen wir Silent Hill 2 weiter Und Ja, wie immer Vielen, vielen Dank Fürs Dasein Und Bis später vielleicht Oder bis morgen Tschüssi, tschüssi Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Ihr habt euch wohl Bye, bye Silent? Ja, natürlich Was denn sonst? Outro? Okay Outro Tschüss Tschüssi 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 Tschüssi